So, Notizblöckchen ist vorbereitet, Mikro einmal, knick knack, bascht. So, ja, joggen, ne? Outfit hatte ich ja vorbereitet, kippen habe ich irgendwie massig bei. So, da setzen wir auf, in ihr haben wir vier ISO Drinks, zwei Essen, das passt doch. Apropos Essen, mein IRL Essen ist ein Macher, Feedback abgelaufen, Joggen fällig, 16 Uhr. Yes, joggen mit Genia und Gwen, das war Lolita, ne? Okay. 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 Ja, 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 muss ich bereitstellen. Vielen Dank. Okay, äh, Beginia, äh, dddddd, ich brauche einmal Angel, bitte nur mal dos. Ja, 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 ja. Dienstplan für nächste Woche Safe Zone ist auch ready. Dann sichere ich mir schon mal die T-Time, ne? Ja, 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 die, ohja. Äh, T-Time, ja, 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 T-Time, 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 T-Time. save zone, also hier, mit Derek, vielleicht spontan ja, save zone, 26 ist da, die T-Time, die krall ich mir gut, Fahrradteil nehme ich jetzt bewusst nicht mit, weil ich habe keinen Bock, dass ich den die ganze Zeit mitschleppe und der mir die ganze Zeit einen Inventarplatz wegnimmt, weil ich den sonst irgendwo liegen lassen muss und dies das und Ananas und nee, es ist der Desti an der Stelle zu stressig. Gut, alles abgeschlossen. Hm, ich kann mal ein eigenes scheiß Fahrrad nicht drin, oder was? So, muss ich ein bisschen fummeln. Wer ist das? Die kenne ich noch gar nicht, glaube ich. Ach ja, wir radeln ganz gemütlich. Gemütlich, gemütlich, gemütlich. Oh, hier gibt es einen Radweg, das ist nice. Ich hätte, ich hätte Jim auch so gefunden. Hopp. Ja. Ja. Mom $10. Vielen Dank. 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 Da steht eine Tasche und ein Drink. Oh, das ist cool. Ich bin nur einmal vorbeigelaufen. Aber das ist aber wirklich für Mussel. Das ist ein Klimmzug-Ding, ne? Genau. Hast du sowas schon mal gemacht? Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich das noch hinkriegen. Okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, richtig. Aber bei Zocken bin ich mir nicht sicher. Also, ich habe gesagt, ich habe tatsächlich gesagt von mein Haus, also ich wohne ja in der Saison, bis komplett hier den ganzen Promenaden runter, dann habe ich ein Pausen gemacht und dann nochmal an die Fahrtsohle vorbei zurück. Ah, nee, das ist doch eigentlich eine ganz gute Strecke. Ja, weiß ich nicht. Aber mehr ging auch nicht. Ich rauche halt so viel. Und sieh, sieh, ich verstehe das schon. Also, diesen Marathon habe ich mir nicht getraut. Oh, sieh. Das waren sechs Meilen oder so. Bist du da eigentlich mitgelaufen? No. Ja, weiß ich nicht. Sechs Meilen ist viel. Was kann man denn hier haben noch? Gibt es hier... Ah. Ja, also hier mache ich immer Sit-ups, so auf den Teilen. Aha. Ja, so Gewichten ist nicht meins. Oh. Zu viel Energie. Ich habe richtig viel Energie mitgebracht, irgendwie. Vale. Zeig mal, wie du das machst. Ach so. Ah, wow. Fast eher. Fast eher. Man braucht das Gewicht für ein kleines Treppchen. Fast eher. 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 Man sollte sogar was drauflegen, da habe ich mal gehört. No, den ist okay, du machst ja deinen eigenen. Ich glaube so 10, 15, dann ist okay. Ich habe jetzt nichts mitgezählt. Aber du machst viel Sport, ey? Oh, sieh, sieh. Wow. Ist gut, wie gesagt, ich rede mir ein, so mache ich das weg, dass ich so viel rauche, sieh. Ja, stimmt. Dass ich einfach so, wie sagt man, ein besseres Gewissen habe, sieh. Verstehen. Und es ist auch eine Möglichkeit, den Kopf so ein bisschen frei zu bekommen, sieh. Na, drohe nicht. Letztes Mal, ich bin schwimmen gegangen, aber da war es allein. Ich habe einmal Socken probiert, einmal schwimmen probiert. Aber ganz cool. Gestern war ich mit Gwen ja auch eine Runde joggen und danach waren wir auch eine Runde schwimmen. Ja, cool. Aber ich habe gestern so viel getrunken, ich glaube, die ist noch nicht aus dem Bett raus. Wart ihr beim Drachenboot? Äh, no, ich war da nicht so, aber ich weiß gar nicht, war sie da. Wo habt ihr denn gesoffen? Ich habe gar nicht getrunken, so. Ach so, die Gwen. Ich war da unterwegs und dann hat sie angefangen zu trinken und ich habe sie dann noch nach Hause gebracht, so. Ah, okay, cool, cool. Sieh, 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 die konnte nicht mehr so richtig laufen, so, die brauchte Hilfe, so. Oh je. Sieh. Na, manchmal passiert das, ey? Und sieh. Wie heißt denn, die Chica, die noch hierherkommt? Angel. Angel, weil, ja. Ach, sie ist nett, aber sie irgendwie hat, sie meinte, sie hat irgendwie noch gar keine Leute kennengelernt. Ich weiß nicht, vielleicht ist sie schüchtern. Ich bin ja immer jemand, der so auf den Leuten zuläuft und sagt, hola, ich bin das Diener. Aber anderen sind halt nicht so, dass die auf den Leuten zugehen, ne? Sieh, sieh. Ach, Buchsen habe ich es auch. Wenn sie nett ist und Lust auf Sport hat, so, dann... Also, wir haben gestern vier Stunden zusammengearbeitet mit Drachenbootfest, ähm, und, also, ich habe wirklich Respekt vor ihr inzwischen, tatsächlich, weil sie hat das voll, komplett durchgezogen, so. Und war länger. Hm. Ja, und sie ist eigentlich schon nett, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ihr Problem ist. Vielleicht ist sie wirklich schüchtern. Sieh, sieh. Ich habe einen tollen Sohn. Hm. Boxen habe ich auch noch nie probiert. Ich habe ja so ein Samrock-Gutsein gewonnen. Hast du da so ein Kurser gemacht? No, ich habe auch Gutscheine, aber ich bin, ehrlich gesagt, äh, nicht so ein großer Fan von denen sie. Ach so. Ja, weil ich... Ja, so. Ich dachte, weiß ich nicht, äh, Selbstverteidigung klang ganz cool und, äh, Pole Dance klang auch total cool. Sieh, da bin ich auch bei dir, aber ich hatte mit so einem Amigo von da eine Diskussion am Pride-Event. Ah, hattest du erzählt, weil du gesagt hast, warum sind denn nur gemischte Paare? Also, sieh. Ja, richtig, hattest du erzählt. Und, äh, die Chefin von Shermoke, diese Kim, sieh, die hat schon öfter mal so ein paar Kommentare und Aussagen gesagt, die mir nicht ganz so gefallen, sieh. Okay. Deswegen, no. Hm. Naja, gut, aber wenn das nicht dein Geld ist, was du denen gibst. Sieh, aber ich hab auch keine Lust mit solchen Leuten. Ja, das fast sehe. Das fast sehe ich. Das, äh. Aber Pole Dance ist... Pole Dance interessiert mich tatsächlich, oder Selbstverteidigung? Weil, ich glaube, Pole Dance wird total unterschätzt. Das sieht so einfach aus, aber du brauchst auch richtig Muskeln in Armen und Bauch. Du musst ja deinen ganzen Körper da an den Stangen hochheben. Das sehe ich, ich glaube schon, das ist richtiger Sport, so. Das ist absolut Sport, ja. Das sieht immer so leicht aus von den Leuten, die das können, aber das ist, glaube ich, gar nicht so leicht. Sieh, sieh. Hm. Ja, weiß ich nicht. Boxen... Also, Golf darf ich nicht. Das war, da stand bei dem Gutschein, Golf geht nicht. Na, ne. Aber, naja, ich weiß nicht. Also, ich boxe mich auch ganz gerne, so ist nicht. Ja, es ist ja hier so ein Ding, ne? Mhm. Das war ein paar Mal im Ring gewesen, so. Ah, okay. Mit oder ohne Hand zu holen? Äh, ohne, aber ich hab so, ähm, Verband, äh, Verband. Ah, okay. Kann man sich rumwickeln. Cool. Ja, ich weiß nicht. Na, weiß ich's nicht. Ne, boxen ist nicht so meins. Aber Selbstverteidigung ist ja vielleicht so, 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 so Dingens hier, äh. Wie nennt man den? So Karate oder so? Hm. Das klingt auch voll spannend. Also, ich kann dir auch beibringen, wie man ausweicht, so, aber ich kann dir halt nicht garantieren, dass du nicht ein paar auf die Schnauze bekommst, bis du's hinkriegst. Ja, super, ich muss nachher noch zur Arbeit. Nicht auf's noch zu hauen. Können, also können wir mal probieren, so irgendwann, aber sie. Also, MJ hat mir das beigebracht, so, das ist ziemlich gut, so. Ach so. Ja, ich weiß. War ja beim Militär und so. Ach so. Kann dir das bestimmt besser beibringen, so als ich. Ich hab nur von ihr gelernt, so. Hm. Ich denke auch, dass sie gut ist. Ich kenn sie aber irgendwie kaum. Sie redet fast nicht mit mir. Ich weiß gar nicht, wieso. Sie redet mit allen nicht viel, so. Ach so. Okay. Hm, dann tue ich so, als hätte ich das nicht gehört mit dem Militar. Nicht, dass sie um die Ecke kommt und sagt, woher weißt denn das jetzt? Sieh, kannst du sagen, Virginia klappert wieder. Ja, aber dann kriegst du Ärger. No, wir sind ganz gut befreundet. Ach, sehr schön. Ja, den Gwen finde ich auch total cool. Ich arbeite super gerne mit ihr. Sieh, ist auch echt eine Nette, so. Ja, total. Ja, ich weiß nicht. Ich überleg mir das noch. Ach so, übrigens. Hier mit Kokos. Wenn die Fragen stellen, warum wir irgendwie jetzt vegetarisch machen oder so. Lass mich antworten. Das hat einen Hintergrund. Wally? Wally? Und wie viel ist das eigentlich jetzt? Ja, ich muss denen jetzt noch die E-Mails schreiben. Ich hab von Lola nichts mehr gehört. Wally? Was sag ich so? Ja, Lola wollte noch vielleicht jemanden mitnehmen. Diese eine Anna. Ich kenne nicht. Sie hat nur geschrieben Anna mit ein A. N. Also, ja. Ein A, ein N, ein A. Wally? Ich kenne nicht. Ja, weiß ich nicht. Also, wir dürfen sechs. Und wir sind jetzt vier. Wally? Sie. Hm. Ich kenne ja Gwen, sonst noch mal Fragen, so. Ja, kann machen. Ich hatte Easy gefragt, aber irgendwie hat sie nur einmal geantwortet. Aber die antwortet sowieso fast nie. Ich glaube, die arbeitet auch rund um die Uhr. Die ist voll bezeftigt. Nein, nein. Ich muss übrigens, warte mal, wieso war das denn jetzt wegen Arbeit am Sonntag? Ach so, ja, ja, 19 Uhr hattest du geschrieben, ne? Dass du nur bis 19 Uhr Zeit hast. Die machen wir 18.30 Uhr, da ist sie. Okay. Weil ich hab vergessen, dass ich zwar bei meiner, also ich arbeite ja bei Quickies C und bei Lolita C. Und ich wollte eigentlich bei Quickies arbeiten, aber ich bin beim Lolitas fürs Quickies eingetragen. Also, das ist ein Event, so. Ah, fast den. Sie. Also fang ich nicht um 21 Uhr an zu arbeiten, sondern um 19 Uhr auf dem Event, so. Hm. Ich musste grad mit meiner Chefin vom Quickies auch schreiben, weil ich ihr gesagt hab, wie schlimm wäre es, wenn ich nicht für Quickies da bin, sondern für das Lolitas. Aber da bin ich, so. Sie. Alles ein bisschen kompliziert. Okay. Ich weiß nicht, was Quickie ist. Das ist ein Schlüsseldienst, so. Ach so. Ja, und was hat... Schlosswechsel und, äh... Ach so. Zeitschlüssel und wir haben einen Schlüsselanhänger, so. Ja, und was ist dann dein Problem, wenn du da für die Bar dabei bist? Sie, dann bin ich halt nicht für Quickies da. Ja, oh mein Gott, bist du die Einzigen, die da arbeitet, oder was? No, aber ich bin halt eingetragen, so. Ach so. Ja, mein Gott. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob man das alles so, so eng sehen muss. Also, ich hab auch geguckt. Also, ich bin ja auch jemand, der sich tendenziell viel einträgt, aber auch nur, wenn ich den Eindruck hab, dass die Leute sich nicht um die Schichten prügeln, so, ne? Ich hatte sogar schon bis 18.30 notiert. Das passt doch. Also, sieh, meine Notiz sagt 15 bis 18.30, irgendwo dort in dem, in diesem Rammeln. Ja, dann konnten wir den Gwen noch fragen, weil Easy, keine Ahnung, die ruft mich, oder die schreibt mir ein SMS irgendwie einmal alle drei Wochen gefühlt. Und die ruft nicht so ruck. Das ist schon ein bisschen frech. Hm, Ballee. Ich glaub, sie ist sehr beschäftigt. Was für eine Easy ist das denn? Die ist ein Busfahrerin. Und Ballee. Die hab ich den Klamottenladen angequatscht. Also, ich ganz, ganz, ganz neu auf der Insel war. Ja, da wollte ich alles wissen. Wo kriege ich den Klamotten? Wo kriege ich den Klamotten? Wie sieht das aus? Sieh. Sonntag auf einem... Fokus. Fokus. Ein Jahr da. 500 Dollar, das hattest du gesagt, Sieh. Sieh. Ja, gut, aber dafür kriegen wir ein Kochbuch. Sieh, wir kriegen ein Kochbuch. Telefon. Hola. Hola, also, ich wollte nur sagen, ich muss mich kurz anziehen und dann, ich brauche eine Weile zu spüren. Hast du gesagt, dass wir uns hier treffen, oder warte mal, ich hab sie im Ohr. Ähm, äh, hast du kein Fahrrad? Doch. Okay. Ich sollte kein Fahrrad fahren, aber... Ach, wegen deinem Fuß. Ach, scheiße. Ja. Ja, oder wir laufen da vorbei, dann warten du. Ja, dann... Oder ein... Weiß ich nicht, fährt ein Bus? Warte mal. Soll ich sie kurz abholen, so mit dem Bike? Der Bus, der fährt immer nur ne ganze Stadtrunde. Ach, du hast ein... Du hast ein Bike? Warte mal. Ja, würdest du den machen? Sieh, äh, gib mir mal... Äh, äh, sieh... Kannst... Nee. Doch, gib mir mal ihre Nummer, sie soll mir den Standort schicken, sieh. Okay. Die Bekenntia kann ich ja abholen. Ist das okay, Angel? Ja, ich hab da nichts dagegen. Okay. Darf ich ihr deine Nummer geben, damit du einen Standort schicken kannst? Ja, klar. Okay. Dann, äh, sieh, holt dich. Alles klar, dann bis gleich. Ciao, ciao. 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 Ich liebe meinen neuen Freisprächsen. Ich hab gestern so ein, so ein Bluetooth-HZ gekauft. Und war alle. Das ist total cool. Da kann ich auch während des Joggings telefonieren oder während des Arbeitens und meine Hände weiter benutzen. Das ist wirklich praktisch. Das ist total entspannt. Sieh. Äh, ihre Nummer, Nies. Äh, ähm... Warte mal. Äh, denn Angel hat, äh, 172... Mhm. 635. Und dann, dann schreib ich der Gwen, dass ich auf sie hier warte und ihr kommt ja dann gleich wieder. Genau. Okay. Sehr schön. Wie ist das Muscle Beach, ey? Mhm. Warte, dann, äh, geh ich mal kurz, äh... Okay. Und bei ich sieh. Bis gleich. Bis dann. Hm, sie haben kein Laufband. Ich bin sonst. Okay. 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 Vielen Dank. 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 So, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Ja. Okay. 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 Let's go. Okay. 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 noch muss einfach doch ja es gehe ich mache doch langsam aber nicht im stand sondern ja es weiß ja ich weiß dass es noch keins bringt ich mache so langsam ich weiß nicht was ich falsch mache ich halte shift nicht gedrückt wenn man es gedrückt halt geht man in den sprint wenn man es nur einmal antippt okay ich habe es rausgefunden das war es nicht richtig großartig doch der fährt schon die ganzen zeit hier rum was ist das ja aber was ist das ach das ist dem polizier ich habe mich schon gewundert den fallen die ganze zeit polizei rufen und sagen er den polizei fährt falsch ja aber ja das ist ja dem problem du kannst ja nicht dem polizei sagen er passt auf der polizei macht die beißen sich ja nicht gegenseitig hin popo erst mal fragen welche ich bin hier eigentlich immer ein stück so ok untertunnel ich würde das einfach auch machen wenn ihr wollt könnt ihr mitmachen ok beim satten ist gut ach das ist nicht soweit geht es ich glaube sie hat das mit deinem sie hat das mit deinem mit deinem schuh vergessen mit deinem fuß wenn ich mitmachen möchte kann ich mitmachen ich kann doch nicht so recht ja richtig oh mann hast du trinken bei ich glaube jetzt weiß ich was die meinten ich soll den laust der laustil joggen nehmen ja das war der laustil mein gott habe ich ewig gebraut um darauf zu kommen ich glaube jetzt ist mein energie überschuss abgebaut jetzt bin ich langsamer ja richtig ich hatte am anfang zu viel energie mein gott jetzt habe ich es auch gecheckt das ist ein fucking geht laufstil für für joggen gibt ach das ist schön die promenade ist echt cool ja es bin ja im prinzip die andere richtung gelaufen die und wir nehmen jetzt gleich die treppen hier rechts hoch und die große runde sind die treppen halt weiter hinten zieht ok die treppen sind gut für den hintern sie davon kriegt den schönen hintern natürlich alles für einen ich glaube die pequena hat genau die gleiche hose sind auch ein paar weniger treppen als da hinten ja cool ihr könnt euch bescheid sagen wenn ihr zwischendurch pause braucht sie nur es ist okay also die eine hälfte habe ich ja auch gesagt also von morningwood bis ganz zum ende von wesposchi machen wir kurze pause nach treppen ok 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 ich muss meinen schuh binden einen moment ok ok klaro geht wieder? hast du gut gestopfen den war ich den war echt lang gestern aber hast du gut gemacht danke davor wenn ich zu danken ich glaube die gren hat echt verpennt sie sehen aber das ist okay das ist und das machst du jeden tag beginnt ja manchmal habe ich es nicht so ausführlich sie dann gehe ich nur noch unter schwimmen so manchmal gehe ich auch noch ein paar gewichte stemmen aber eigentlich wenn es geht jeden tag sie ja cool ich bin immer so früh arbeiten aber heute geht den so seid ihr bereit zu sorgen so natürlich auf geht's so so Das ist ja mega mit dem Laufstil. Das ist ja mega chillig. Ich habe mir gedacht, es liegt am Laufstil. Es liegt am Laufstil. Aber ich habe irgendwie dann nochmal sieben Minuten gebraucht, um drauf zu kommen. Dass ich den Laufstil ja auch mal ändern könnte. Ja, mein Gott. Ich war halt ein bisschen langsam. Ich habe schon neun Stunden gearbeitet. Lass mich in Ruhe. Was habt ihr heute noch so vor? Tatsächlich ist es die Hauptsache Arbeiten. Ja, heute ist es wieder ein Event. Ja, richtig. Aber Sally ist... Auch wenn ich meine Arbeitsklamotten tragen werde, werde ich im Bikini herkommen. Verstehe. Ach ja, ich habe gar keinen Sonstrandklamotten. Ich habe nur Bikini. Obwohl, ich kann Bikini-Top und Hotpants. Ja, so mache ich das auch. Ich komme nicht im Bikini. Ach, du hattest nicht im... Ah. Aber Bikini-Top. Ja, ich habe auch eine schwarze Bikini-Hose. Okay. Aber... Ich ziehe die einfach runter und... ...dann einfach drüber so eine Hotpants. Ah, sehr gut. Ja. Ich habe noch so ein Zebra-Bikini-Oberteil, wenn das jemand ausleihen möchte, so. Na, ich bräuchte hellblau. Ich bin gerade am überlegen, ob ich kurz... Ich mache ja Pause. Bethes ist aus... Äh, zu. Was ist zu? Bethes ist zu. Okay. Ich mache jetzt irgendwie bis... Keine Ahnung. So wie Aphrodonis und Dings machen die zu... Wie hießen das? Brödinger. Ah, Brödinger, genau. Ist das bei diesem Fusionsding so? Hier rechts dann jetzt. Keine Ahnung. Irgendwie machen die jetzt auch zu und machen irgendwie in einem Monat oder wann auch immer machen die wieder auf. Das ist wahrscheinlich wegen diesen Fusions-Karm. Das ist Cyprus-Währhaus, ey. Ja, das ist ja aber auch scheiße. Alle Klamotten lernen zu haben. Oder fast alle. Naja, die machen halt einfach einen großen, ne? Und links so. Ja. Aber es dauert ja eh. Was ist, wenn ich in der Zeit ein Kleid brauche oder so? Sieh, das ist schlecht, glaube ich. Naja, aber vielleicht kann ich... Wo man sich was ausleihen kann. Ja, richtig. So viele Leute kennen sich. Jetzt kannst du schon mal eine Person mehr sehen. Ja, richtig. Ja, oder vielleicht zaffe ich zwischen Safe Zone und Sully einmal in Thriftjob oder so. 5, 10. Ja, da habe ich gestern auch jemanden kennengelernt. Habe ich etwas erzählt, dass Tina? No. Die Dame mit dem Rock, ne? Also mit dem Kleid. Das ist ein Rock. Und sie hat das so geknotiert und das Oberteil angezogen. Oh, das... Ah, okay. Sie haben Nummern ausgetauscht und sie hat gesagt, sie ruft mich an. Oh, cool. Ach, die ist auch in deinen Klamotten gesetzt? Ja, im Fiff auch. Ach so. Ja, und daher hat sie es auch. Ah, ja, Thriftjob ist total cool. Dafür müssen wir hier links bei. No. Du kennst dich in Vespucci auch noch nicht aus, ey? Sie ist so nach links auf. Ich wollte ein bisschen sie Meter zwischen uns bringen, so. Damit ich nicht so schreien muss, sie. Richtig. Ja. Deswegen sah das so aus, als ob du nur nach links laufen möchtest. Alles gut. Ich bin so gewirrt. Du machst dich zu vielen Sorgen. Ich mach keine... Ich mach mir keine Sorgen. Okay. So, dann seid ihr noch mal bereit für einen Sprint, so. Okay. Alle. Okay. Geht denn noch, Angel? Ja. Okay. Jetzt kann ich aber nicht mehr. Aha. Aber wir haben gesagt, wir sind schon wieder da. Na, wir lieben. Habt ihr was zu trinken, so? Natürlich. Ja. Du auch? Zieh. Ja, ja. Male. Sehr schön. Das war doch gut so. Zieh. Und das war... Also die Runde war wirklich nicht so lang, wie ich dachte? Nein. Die kleine Runde, so. Mhm. Ich hab jetzt nicht auf Uhr geschaut, aber das fühlte sich an wie 10, 15 Minuten? Die kleine Runde sind so 20 Minuten. 20, okay. Die große sind so halbe Stunde ziehen, glaube ich. Ah, okay. Ist schon ein bisschen mehr. Und, ähm... Wie gesagt, normalerweise geh ich danach noch zum Muscle Beach oder nochmal, ähm, bümmen so. Mhm. Aber da ich jetzt vorher schon ein bisschen Gewichte gestemmt hab, fällt das jetzt für mich weg, so. Okay. Hast du zufällig einen hellblauen Bikini? Noch. Ich hab einen Leo-Bikini und einen mit Zebra. Hm. Ich denke, der Leo-Bikini würde dir aber auch stehen. Ja, aber das passt doch nicht zu so einen hellblauen Hotpants. Du kennst doch meinen Hotpants, oder? Den hatte ich doch gestern an, glaube ich. Ja. Ja, richtig. Ich hätte schon eine weiße Hotpants, da würde das richtig... Oh, ja, Zebra mit Weiß. Ja, Zebra mit Weiß. Ich, ich hätte jetzt eher an Leopard gedacht. Das hätte dann das Leopard richtig rausges... Weißt du, also die weiße Hose hätte das so ein bisschen unterstrichen, weißt du, dann wäre das Oberteil mehr rausgekommen. Weiß ich's nicht. Ich, ich, ich habe das Gefühl, dass es dann besser ist, äh, mit Zebra und weiße Hotpants. Wollt ihr kurz zu mir nach Hause kommen? Dann kannst du das kurz anprobieren. Natürlich. Vale. Ähm, ist das weit? No, nur gerade auch so. Ich versuche mit dem Fahrrad hinterher zu kommen. Ah, sieh, du bist mit dem Fahrrad hier. Sieh, dann... Wo hast du dein Fahrrad ganz stehen so? Ja, hier. Ja, hier. Ja, hier. Na, das ist ja wirklich nicht weit. Oh, sogar oben. Cool. Hast du einen Balkon? Ich glaube, sie hat's nicht gehört. Das ist okay. Ich, ich sehe ja, es hat einen Balkon. Nur, ich hatte gefragt, ob du einen Balkon hast, aber ich sehe, du hast einen Balkon. Sieh sozusagen einen Balkon. Sieh. Ja, das ist doch total cool. Da kannst du auch einen... Und sieh. Also, ich habe auch bei mir eine Wohnung so, aber... Ja, ist auch. Aber am Balkon ist auch voll cool. Ich glaube, wir können da rein. Wenn ihr Hunger oder Durst habt, so geht euch an den Kühlschrank. Okay. Boah, du hast voll den schönen Wohnungen. Wie bei mir. Ja, wir haben so ganz billige Wohnungen. Ich glaube, du bezahlst bestimmt mehr. Äh, ich bezahl verdammt viel. Scheiße, deines Tee. Kein so. Okay. Ich weiß nicht. Du brauchst es. Also, einmal der... Den Zebra-Trop. Okay. Ja, richtig. Du könntest vielleicht trotzdem mal das Leoparden-Oberteil einmal anklicken. Ich möchte nur gucken, wie das Anja aussieht. Okay. Nein, nein, ich möchte nur gucken, wie das Anja aussieht. Ja, okay. Na gut. Warte, dann. Sie, probier mal an, so. Wir warten. Ihr müsst euch nicht umdrehen. Ich selber müssen es. Sieh, aus Höflichkeit dachte ich so. No, alles okay. Warte. Ich weiß nicht. Er sieht eigentlich gar nicht so schlecht an mir aus, aber ich glaube... Ich weiß nicht, aber doch nicht mit Weiß. Ich glaube... Nein, 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 ich meine nur so allgemein sieht eigentlich ganz gut an dir aus, aber ich glaube, das Zebra würde halt bei dir immer ein bisschen mehr rausstecken, weil du jetzt ein bisschen dunkler im Haus hast. Ich habe hier noch so eine schwarze, kurze Hose, so. Weiß ich nicht. Also, es sieht auf jeden Fall nicht scheiße an dir aus. Ich bin nicht überzeugt. Ich weiß nicht. Hier, probier das mal dazu so. Okay. Es sieht auf jeden Fall nicht scheiße an dir aus. Naja, es sieht nicht scheiße aus, aber ich fühle es nicht. Warte mal, ich gebe sie den ersten Mal gleich zurück. Und süßi. Und süßi. Wie gesagt, ich sämmel mich nicht, also... Und, valeh. Das sind ja auch schöne Brüste, so. Da braucht man sich nicht für schämen. Ja, das ist das beste Silikon-Nastenskap in Kalifornien, ne? Oh, valeh. Äh, Zebras-Treffen. Ich wollte gerade sagen, ich habe sie selbst bezahlt. Ja, das ist besser. Ja, du schlicht ein bisschen mehr raus. Ja, das ist viel besser. Ja, richtig. Das passt... Ein bisschen mehr ins Licht hier, so unter die Lampe. Ich glaube, das passt auch besser zu, äh... Ja. Zu dem weißen dann. Ja. Und dann eben. Ja. Ja, und die weiße Hotpants würde dazu auch richtig gut aussehen. Die kannst du dann von mir kriegen. Sieh, ich sollte ja noch was ausprobieren. Warte mal. Ih, ich habe dir noch so eine schwarze Hose gegeben, so. Sieh. Aber das war zu dem Leoparden-Operteil. Ganz so... Ach nee, das heißt so. Das ist jetzt schwierig nach dem Joggen. Ich hätte gefragt, warte mal, kannst du mein Croissant festhalten? Ja. Ich wollte gerade fragen, kannst du meine Schuhe... Ich wollte gerade fragen, kannst du meine Schuhe festhalten, aber das ist, glaube ich, eine ganz schlechte Idee nach dem Joggen. Ja. Nee, sonst muss ich vielleicht nochmal in Simdi. Aha. Ähm. Ich pack die mal irgendwo, wo die... Wo kann ich die hinstellen, dass die nicht alles zustinken? Äh, sie packt die einfach hier unten rein. Okay. Oh, was hast du denn da auf deinem rechten Arm? Äh. Sieht cool aus. Das ist so eine Meerjungfrau, sie. Ah, jetzt sehe ich es auch, ja. Hm. Sieht mega gut aus. Sehr schön. Gratias. Mit zwar, sieht auch gut aus, ey. Oh, sieh, sieh. Ja. Hm. Mhm. Du kannst ja die Weiße auch mal anprobieren und dann kannst du sagen, welches du am besten findest. Mhm. Na, ist schon sehr gut. Okay. Ich brauche auch nur heute Abend. Ich muss sie keinen Stress so, ich habe genug Klamotten so. Ja, es ist inzwischen auch... Also mit der schwarzen Hose? Ja, es würde den Weißen auch mal angucken, aber die Schwarze gefällt mir schon sehr gut. Okay. Mhm. Hm. Das geht auch. Naja, aber ich trage ja nicht den Jogginghosen zum, äh, zum Arbeiten. No, lieber nicht so. No. Vale, gut. Du musst zur Arbeit und dich kann ich wieder nach Hause bringen ziehen. Ähm, wie du musst zur Arbeit? Ach so. 17 Uhr aus Hefson. Ja, dann zaff ich gut. Kann ich es noch ganz schnell dusen. Ja, wenn ihr wollt, kommt es bitte vorbei. Ja, soll ich dir die weiße Hose dann vorbeibringen? Kannst du machen. Ich würde dann auch zu Hause noch duschen. Okay. Okay. Was bedeutet eigentlich dieses blaue Graffiti da oben? Das ist nicht das erste Mal, dass ich das sehe. Ich habe nichts drauf geachtet. Ich bin daran vorbeigelaufen. Ja, vorbeigelaufen. Keine Ahnung. Sie fragt, was diesen blauen Graffiti ist. Ja, ich sehe das jetzt zum zweiten Mal. Ich weiß nicht, was das ist. Irgendwelch so eine Kringelwolke oder sowas und einen 13er nehmen. Das ist so ein Gang-Ding, sehen Sie? Oh, okay. Wir sind hier in der Section von der Gang, so. Oh, okay. Aber die Gang ist hier nicht mehr. Die war vorher da drüben. Aber jetzt sind da die Vargos. Die haben ihr Gebiet vergrößert, so. Okay. Aber den Gang ist noch hier in der Nachbarschaft. Ich sehe auch irgendwas mit... Steht da Vargos? Das steht Vargos. Ja. Denen gehört das Gebiet jetzt. Sie, aber die Marabuntas sind unten in die Westpucci-Kanäle, so. Ach so. Okay. Und sind denen coole Nachbarn? Gut zu wissen. Sie, also die Vargos, mit denen habe ich zwischendurch immer mal geredet, so. Von denen kann man das Gras kaufen. Das ist die undrechte in Ordnung, so. Oh, schön. Mit den Maras hatte ich vorher eigentlich fast gar keinen Kontakt, so. Okay. Naja, wenn ein guter Nachbarschaft ist. Die Vargos sind gelb. Sieht das Graffiti-Gelb. Ja, da war nämlich gestern eine bei uns an der Bar und die hat gefragt, ob ich Gras haben möchte. Aber ich habe halt Nein gesagt, ne? Oh, Marleen. Kann ich nicht machen. Warum nicht? In der Arbeit. Ja, du sollst hier nicht während der Arbeit rauchen, aber du darfst doch zwei... Nein, aber während der Arbeit dealen. Ach so. Ja. Ich glaube, da waren so viele Menschen, das wäre keinem Menschen aufgefallen. Das ist eine Sache, die du mit deiner Chefin oder Chefe absprechen musst, ob das okay ist. Ja, nee. Alles gut, es ist deine Zeitung. Alles in Ordnung. Ich meine nur, in einer großen Menschenmenge wäre das, glaube ich, noch nicht mal aufgefallen. Könnte sein, ja. Okay. Wir kennen ja, wenn wir uns heute oder morgen nicht sehen, dann kriegst du spätestens zum Kochkurs die Sachen wieder. Ja, natürlich, wir machen Sonntagkochkurs. 500. Ja, aber dafür kriegst du ein Kochbuch. Ja, das ist das einzige Argument, warum das so viel Geld kostet. Das ist ja sonst total pervers teuer. Kann man sich da noch anmelden? Ja, natürlich. Wir dürfen bis zu sechs sein, wir sind bis jetzt erst vier. Überleg... Da musst du es schnell überlegen. Ich muss heute den E-Mail schicken. Die haben gesagt, Freitag wollen die E-Mail für Sonntag. Also heute... Scheiße, ich würde sonst... Weißt du was? Miguel kann sowieso nicht kochen, der hat zwei linke Hände. Ja, ich mache mit. Okay. Ja, dann haben wir noch ein Plätzchen. Den Pequenio wollte noch jemanden fragen. Sie, Gwen. Ah ja, Gwen, die noch am pennen ist. Die... Also wie gesagt, ich muss heute entscheiden. Also ich muss heute die E-Mail schicken. Schick einfach... Schick nochmal in den Kochkurs, bevor du die E-Mail losschickst. Sie, wenn wir sie nicht bis dahin erreichen, dann hat sie halt Pech gehabt. Ja, oder ich schreibe rein, wir sind mindestens fünf, eventuell sechs. Das kann ich ja auch schreiben. Könntest du auch machen. Ja, das ist doch viel einfacher. Okay. Gut. Ich muss ja sagen, eine Person hat noch keine genaue Antwort gegeben, deswegen... Ach, denen ist das heißt egal. Oder sowas. Keine Ahnung. Denen ist das doch sei es egal, ob wir mit vier, fünf oder sechs kommen. Die kassieren ja von jedem. Ja. 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 Aber mehr als sechs geht halt nicht. Vale. Okay. Jetzt aber einen Duschen. Sie. Bis bitte. Ja. Alles gut. Äh, ach so. Sie ist da nicht gut. 好さ. Vielleicht. Jeez. Bye. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das ist zu eng hier mit den Rädern. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Jetzt geht die Desti noch fix duschen und dann gehe ich eine rauchen und dann starten wir mit der Saison schon. So, kurz hoffen. So, kurz hoffen. Vielen Dank. 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 Ich will... Ach, ich habe... Ich habe... ... 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 geht mir wieder besser es hat es erst vermisst okay ja ja Vielen Dank. Vielen Dank. Ist ja schön, dass die Personalleitung wieder am Stissel ist. Die war irgendwie eine Woche weg, die April. Die ist ja mit Hunter zusammen hier Personalleitung. Also, Chefin. Teamleiterin. Ja. 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 Du Süßi. Ja. 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 Natürlich bin ich Soß. Das Dina ist Zuckersoß. Die ist wirklich zuckersüß. Äh. Ich such den Kochgruppen, äh. Sag mal. Da. Ja. 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 Nie metaatmen. Ja, danke dafür. Scheiß Push-Benachrichtigung. Ich bin gerade irgendwie blind. Nie mehr versenden. Da. Google-Aus-Cooking-Academy. Sonntag ist der 25. Sonsten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das macht auch ein Regenbogen. Den kannst du gerne auch probieren, aber der gehört nicht dazu. Der kostet dann extra. Also, wir haben ja im Endeffekt, ich wollte gerade sagen, wir haben ja nur Chicago Cheese, Schokokirsch, Rainbow oder halt die Waffel. Ja. Ein Rainbow? Ja. Und ein Pups? Vielleicht später. Okay. Ich weiß nämlich nicht, ob ich danach schon satt bin, weil ich habe ja vorhin erst was gegessen. Ja, natürlich. Alles gut. Mach es dir. Okay, danke. Du darfst dich auch setzen. Wir haben Sattenplätze und wir haben Sonnenplätze, aber die Sonne ist gleich weg. Das geht immer recht fix. Also, die Sonne ist quasi schon fast hinter dem Haus. So 18 Uhr ungefähr hast du auch da drüben Schatten. Also, wenn du schnell bist, kannst du noch Sonne haben. Ich stelle mich einfach in die Sonne. Okay. Ja, oder du kannst hierbleiben. Ich stelle mich in die Vitamine. Ja, also es ist egal. Ich wollte dir nur sagen, wir haben auch Sitzplätze. Ja, ich versuche mal, meinen Mitwohner zu erreichen. Wenn ich, dass ich angerufen habe, dann kann er mich anrufen, wenn er Zeit hat. Okay. Das würde ich kurz in der Sonne machen, dann komme ich einfach wieder, ja? Alles klar. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke, dass du mir gesagt hast. Ich sehe sowas nicht immer. Es hat mir leid, ich habe... No, das ist in Ordnung. Ich habe es gelesen und ich dachte mir so, es ist nicht so schlimm. Es ist ja, es ist nicht schlimm, es ist nur so ein bisschen was. Ja, ich habe ein Buchstaben vertaust. Was heißt denn? Na, danke, dass du mir sagst. Wir kennen ja, ne? Okay. Wir kennen ja, ne? Sie. Gott, der Typ, der uns überfallen hat und die Dame, ne? Die haben mal lauernd Walle gesagt. Und dann hat sie Walle gesagt. Und sie sagt ja die ganze Zeit Walle, ne? Ja, aber das ist einfach nur Spanisch. Ja, nein, 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 nein. Ich habe auch mal von den Knacks bekommen und ich so, warte, warte, warte. No, no, no. Nein, 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 als ob ich sie dumm anmachen würde, weißt du? No, beruhigen dies. Ich habe mich direkt bei... Also ich habe... Beruhigen dies. Ich habe sie zuerst ignoriert, weil ich selber zuerst gar nicht gecheckt habe, dass ich es laut gesagt habe. Alles gut. Und dann habe ich in der SMS geschrieben und mich entschuldigt. Alles gut. Beruhigen. Das heißt einfach nur richtig. No, das ist einfach Spanisch und das heißt richtig. Ja, ich weiß. Das sagt jeder. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber es hat... Die vom Überfall haben das halt so oft gesagt. Ja. Und dann hat sie das gesagt und dann auf einmal hat es irgendwas in mir getriggert und auf einmal... Ich wollte gar nicht gemein zu ihr sein. Oh mein Gott, soll ich Doktor rufen? Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Okay. Möchtest du im Steen essen oder dich sitzen? Du kannst auch an Theken bleiben. Ich bleib bei dir. Okay. Dann bitte so. Dankeschön. 16 hast du gesagt, ne? 16, richtig. Aber Gott sei Dank, ich habe 18 dabei. Wie war das mit 1 Dollar Trinkgeld macht man nicht? Gracias. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ich habe doch 16 gegeben, oder? No. Ich habe mich... Wie viel habe ich gegeben jetzt? Du hast 16 gegeben, es ist alles okay. Ich hatte mich nur daran erinnert, dass du dich gestern aufgeregt hast wegen 1 Dollar Trinkgeld bei 3 Dollar Wasser. Ne, mein ganzes Geld ist in Ordnung. Ne, mein ganzes Geld ist okay. Beruhigen dies. Wir haben eine Bank da. Da ist eine Bank. Ja. Ne, ich habe nur gemeint. No, es hatte mich nur daran erinnert, dass du dich so über 1 Dollar Trinkgeld aufgeregt hast. Ja, entweder kein und wenn du Trinkgeld geben möchtest, dann keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich finde es komisch, wenn man so unter 5 Dollar gibt, so, weißt du? Ja, sieh. Ich gebe immer mindestens, wenn dann 5 Dollar. Ja, alles gut. Du musst mir auch nicht 18 geben. Doch, jetzt habe ich schon... Jetzt nimm die 2 Dollar Trinkgeld. Okay. Ich nehme. Okay. Ich hole mal Geld, falls wir überfallen werden. Ja, richtig. Damit ich überlebe. Dann schmeiß ich kurz dein Höschen in mein Spind. Ja, genau. Schmeiß mein Höschen in dein... Ja, natürlich. Ich meine, ich lege es ganz vorsichtig rein. Nein. Höschen sagt manchmal ja zu unterhaus. Oh, Entschuldigung, dass ich entselte... Nein, 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 das ist ja nicht schlecht. Ich wusste, nein. Ich fand es nur ein bisschen... Weißt du was? Heute wird ja alles in meinem Mund umgedreht. Ich kann nicht mehr. Die Destina redet halt so. Die sagt, Erdbärchen, Blaubärchen, Höschen... Ach, Quatsch mit Soße, Alter. Oh, das ist nicht passiert. Das wollte ich nicht. Ich wollte... Ich wollte... Oh mein Gott. Ich wollte das da reinlegen. So. Jetzt haben wir es. Ich konnte nicht. da haben gesagt ich sag doch immer höschen bärchen und so ja ich spreche manchmal einen seltsamen englisch ist es okay dass das mecken ich weiß aber du musst gern angst haben also vale sagen wirklich vor dem oberfall und so also vale sagen wirklich so ziemlich alle latinos ich sage das tatsächlich gar nicht so häufig ich sage immer richtig ja es verstehe es hatte ich ja richtig ich wollte sagen es hat sich getriggert aber ich sage zum beispiel immer richtig ich sage gar nicht valet aber es heißt naja es heißt ja sowas wie true also denn also das ist wahr das ist ja das ist richtig das ist wahr ok ok ja oder ok richtig deswegen das ist so ein wort das benutzt glaube ich so ziemlich jeder zweite der spanish spricht mhm ja in dem moment ist es einfach nur rausgekommen und ich habe es echt nicht böse gemeint ich habe mich auch wie gesagt bei ihr entschuldigt neus was der du hast halt einen traumatischen erfahrung vielleicht solltest du wirklich mal bei dem krankenhaus die haben ein info hotline vielleicht solltest du fragen ob die psychologin habe ja aber es kostet geld und das geld habe ich nicht ja natürlich kostet geld und das geld habe ich nicht also muss ich da so durch das ist aber schwierig mit so einem trauma naja ist ok wenn du den sagst dann irgendwie ja 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 also ich habe kochkurs jetzt schon den e mail geschrieben ja ich habe auch schon die gruppe gesehen ja richtig falls wir irgendwie spontan noch irgendwie was bequatschen möchten ja richtig und ich hoffe den lola wird langsam mal wieder wach weil den lola wollte eigentlich mitgehen ich hoffe sie ist nicht krank sie war ja gestern gar nicht weißt du ich hoffe sie ist nicht krank ja den lola wollte auch mitkommen ja 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wann kommen denn immer mehr? Vielen Dank. Dann waren ja nur fünf Stunden. Also, nur. Stimmt. Ja, 4,7. Ja. War mir 7 mit dem Kopf? Weiß ich nicht. Oh, ein Handy klingelt. Ein Moment. Und natürlich. Hallo. Hallo. Bist du mal endlich wach? Ja, wo bist du gerade? Ich bin der Safe Zone. Was ist in der Nähe von uns? Möchtest du meinen... Ich schick dir einen Standort. Okay? Ja. Und dann kommst du da hin. Mit der Stina? Okay. Ich hab meinen Namen gehört. Nee, ich wurde gefragt, mit wem ich... Ach so. Okay. Bis gleich. Oh, du kannst laufen. Du kannst aber auch mit dem Fahrrad fahren. Das war aber nicht weit. Den sind zwei Blocks. Ja, sind zwei Blocks. Okay, bis gleich. Mal hat mein GPS am Handy funktioniert. Ja, sehr gut. Ja, ich denke, in deiner Wohnung hat dem vielleicht kein Satellitensignal gehabt, oder? Nee, ich stand davor, aber vielleicht hat's noch eine Weile gebraucht. Ach so. Vielleicht hätte ich noch mal eine Minute oder so warten sollen, dass sich mein Handy fängt oder so. Ah, okay. Hast du den armen Pequen ja nach Weinwood geschickt. Und ich... Nein. Und ich stand da und frag mich, wofür brauchen die so lange? Das ist doch keine Strecke. Das bin ich in acht Minuten... Noch nicht mal acht Minuten, das... Ich bin vier Minuten mit Fahrrad gefahren. Mit dem Motorrad müsste das total schnell sein. Und ich stehe da und denke mir, wo bleiben die denn? Wo bleiben die? Sind die noch soppen gegangen, oder was? Ja, ja, natürlich. Schön. Sehr schön. Soppen und ich, best Freunde. Ja, es weiß. Ich kenn den Kleid. Ich hab den auch. In anderer Farbe. Ist auch von Trix. Ja. Ja. Ah ja. Ich hätt's gerne in rosa gehabt. Mhm. Wirklich. Aber ich hab noch mehr in rosa. Rosa ist auch total cute. Ich glaub, das würde dir megagut stehen. Ja, vielleicht irgendwann mal. Vielleicht auch niemals. Egal. Auf jeden Fall hab ich wenigstens eins. Sieh. Oh, gucke mal. Da kommt April. Das ist, ja, natürlich. Wie Hunter. Ja, natürlich. Das ist Hunter. Oh. Hola. Hola. Das hübsche Haare. Gracias. Die sind ganz neu. Hola, hola. De nada. Na ja, was heißt ganz neu. Du hast ja ein Wochen krank gewesen. Ich hab den eigentlich schon länger, den hast nicht. Ja. Wie geht denn dir? Wie geht denn euch? Das ist schön. Das ist sehr schön. Ja. Ich hab gestern Abend noch klar. Ja, siehste. Sehr schön. Wir wollten nur nicht mehr tanken. Das war halb eins in der Nacht. Alles gut. Und wir wollten auch nicht mehr auspacken. Ja, das war schon geschehen. Ich war so frei und bin auf Parkplatz, ja, weil es ist ein Privatgrundstück, ne? Habe ich mal den Van geparkt. Ja, sehr gut. Ja, kannst du machen. Auf dem Zellis-Parkplatz kannst du rumfahren, wie du möchtest. Das ist ein Privatgrundstück. Ich hatte ein bisschen Angst, aber den Angel hat das sehr gut gemacht. Das ist ja sehr eng da, wo ihr den immer abstellt, ne? Das ist richtig. Ich hab den sogar rückwärts eingeparkt. Aber ich hab's mit Wein. So rückwärts. Ich wollte gerade sagen. Es hatte so ein bisschen Angst, aber hat Angel sehr gut gemacht. Ich weiß es gar nicht. Schön, dass ich das gar nicht mal mehr weiß. Ist ja auch bestimmt lange her. Ja, war heute um Plano, zwei Uhr. Ja, ist voll lange her, sag ich ja. Ja, sag ich ja. Drei Stunden. Ja, richtig. Was schön. Aber es freu mich. Ich hab auch so ein Outfit für heute Bikini-Abend. Ja? Ja, hab ich's mich ausgeliehen. Ah, okay. Ich hab ja noch keine Gedanken gemacht. So weit war ich noch nicht. Ja. Ja, wenn ich den Bikini anziehen will, muss ich ja mal erst in Floritas. Vor? Innen innen hoch. Achso, liegt er bei dir im Spintor, aber was? Der Standort ist innen hoch. Ja, ich hab da so 15 Bikini-Oberteile. 15? Okay. Ja. Krass. Damit ich jeden Tag der Woche einen anderen anziehen kann. Wow. Okay, ja. Warte, ja. Warte, ja. Warte, ja. Sieben Tage und nicht 15. Ja, ich weiß. Ja, ab 6 Uhr. Du denn nicht auf, mein Gott, ey, Miguel? Hey, Miguel. Hey, Miguel. Hey, Miguel. Hey, Miguel. Hey, Miguel. Sehr gut. Sehr schön. Ja, mir geht's super. Sehr schön. Möchtest du ein Tea-Time? Ein Kaffee, ein Kuchen? Äh... Du bist nur 16. Hey. Ja. Das ist nur Klasse. No. Ja, der April kriegt auch. Hm. Möchtest du Shopping, Angel? Ja. Ähm... Einen starken Kaffee und... Americano? Ja. Sie? Ähm... Ne, mach mal ein bisschen Milch rein. Milchkaffee? Okay. Ja. Mhm. Ähm... Also bei ein bisschen meine ich sehr viel Milch. Ja, natürlich. Ja. Äh... Und... Äh... Schoko. Schoko. Okay. Mhm. Senoranta? Ja. Ja, natürlich. Kriegst du noch extra Sahnen? Ja. Ja. Ich nehm auch einen Milchkaffee und einen Rainbow Cake. Okay. Ich geh dann aber mal kurz noch für kleine Königsjäger-Löwen-BBs. Okay. Danke. Hola. Ja, guck mal, die lässt mich einfach eiskalt stehen. Ich glaub, sie ist geschockt von der Umarmung gewesen. Ich glaub, sie ist geschockt von der Umarmung gewesen. Ich glaub, nächst. Äh... Was? Ich glaub, sie ist einfach cool. Hallo? Ja, geh doch einmal. Ja. So... So ganz locker bleiben. Ja, okay. Du kriegst keine Abo mehr von mir. Geh weg für deinen Wichsgriffel. Boah. Wichsgriffel. Hahaha. Ich lieb's. Okay. Hahaha. Überragend. Was? 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Na gut, lass mich halt mit deinem Kuchen stehen. Ach ja. Okay. Ja, der heult hier rum, dass ich ihn stehen gelassen habe, obwohl ich ihn gar nicht stehen gelassen habe, sondern einfach nur die zwei Meter rüber gelaufen bin. Ja, ja. So ist das. Ja, und weiter? Ja, das ist ja nicht so. Ja, wäre auch egal. Ja, aber nee, guck mal, weißt du, ich drehe mich heute, es hat nämlich so angefangen. Hm. Ich drehe mich heute Nacht um, ne? Ja. Okay. Ja, aber das ist doch in Ordnung. Ja, er hat mir die Seele aus dem Leib gestarrt. Ich glaube nicht, dass... Ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass er das Böse gemeint hat, wenn er schläft mit offenen Augen. Ja. Ja, aber ich habe... Ich sage ja auch nicht, dass das Böse von ihm gemeint war, dass er mit offenen Augen schläft. Ich meine nur, ich habe mich gefühlt, als würde er wie so ein Inkubus die Seele aus dem Leib verziehen. Und dann wurde ich gefragt, was ist ein Inkubus? Da habe ich gesagt, die männliche Version von einer Succubus. Und er so, was ist eine Succubus? Und dann habe ich es erklärt. Und dann sagt der Hand, da heilt das Böse. Genial. Ich lieb's. Ah, schön. Ja, wer sagt, dass ihr keine Dämonen seid, hä? Beweist erst mal Gegenteil. Beweist du, dass du keiner bist? Scheiße. Ich muss nur einen Dämonen sagen. Verdammt! Ich muss los! No, alles gut. Aber es ist ja ein Witz. Erfischt. Scheiße! Neues Witzis. Ah, sehr schön. Ah, wie gern. Wir haben immer noch keine Antwort auf den Zettel. Das war weh. Ach, voll schade. Musst du morgen arbeiten? Äh, ich glaube morgen ist nochmal ein Event. Ja, richtig. Kann das sein? Mhm. Wieso? Ich bin morgen bei Modischau. Ja, wir auch. Ja, wir auch. Ah, sehr schön. Machst du ein Modell? No, ich bin... Security. Ah, cool. Was darfst du sagen? Das ist nix interner, wenn du sagst, wo du arbeitest, ne? Nee, alles gut. Weil du so... No. Ist gut. Mir ist nur der Name grad nicht eingefallen. Ich wollte schon Türsteher sagen, aber... Ja, das ist auch in Ordnung. Ähm... Ja, die haben ja irgendwie... Ich weiß nicht. Ich hab jetzt heute noch nicht auf Venture Live geguckt, aber die haben schon mindestens zweimal gepostet, dass die Models suchen. Ja, bewirb dich, Angie. Ich arbeite... Weißt du, so zwischendurch sagen, haltet mal ganz kurz die Cocktails. Ich muss mal kurz da hin. Na, du gehst einfach mit in den Cocktails, wo ich auch mache. Na, ha, ha. Hola. Hola. Ich hab deinen Milzkaffee mit Sahne. Ja. Und dein Zucki. Ich weiß, es ist, wo denn hingegangen ist. Okay. Wie kriegst du? Möchtest du Rabatt? Dann 16. Also du kannst mir Rabatt geben, weil dann kriegst du mehr Trinkgeld. Da schön die Hüften greifen. Gratias. Also du kannst mit Rabatt eintragen und dann kriegst du mehr Trinkgeld. Okay. Das ist... Das sind den Profi-Tipps. Ja, pass mal auf. Pass mal auf. Jetzt... Jetzt schau mal genau... So, genau so geht das. Genügend... Genügend Hüftschwung. Ich hab echt keine Ahnung. Ich muss mal mit dir reden. Kommst du mal kurz mit? No. Ja. Komm mal, komm mal mit. Komm, komm, komm. Aha. Wel ist ein Kaffee denn? Mhm. Was denn für ein Kaffee? Warte mal, hab ich überhaupt ein Kaffee dabei? Wir haben auch Wasser aus dem Kühlschrank. Ja, ich weiß, dass es besser was Warmes zu trinken, aber... Ja, weil wenn du was Kaltes trinkst, dann... Ich weiß. Jetzt lass mich zu Ende reden, du alter Klugscheißer. Ich bin so gut scheißer tot. Ah, Sinn. Du kannst mich mal. Was denn? Ja, du kannst mich mal. Ja, was kann ich nicht? Du kannst dich liebhaben. Hab ich doch so. Ach, Arschlecken. Oh, Mann. Ich glaube, ihr habt eine sehr coole WG, wie ich das so mitbekomme. Eigentlich schon. Weiß ich nicht. Manchmal möchte ich ihn mir im Tierheim abgeben. Okay. Grobin, bei dem du die Schuhe trägst, denkst du, du bist drei Köpfe größer als ich. Das bin ich auch schon so. Okay. Das ist so eine Lüge. Ja. Er ist noch ein kleines Küken, der darf übrigens kein Alkohol trinken, ne? Der ist erst 19. Oh, la, la. Noch ein Problem? Äh. Na, ich wollte es nur sagen, ne? Du siehst, nicht wahr? Wir müssen ein bisschen in die Backen kneifen. Das ist ein Babyspeck. Ach, du scheiße. Ach, du scheiße. Was geht wirklich Slickerei? Da musst du ja rausgehen. Benji? Ja. Du treibst dich heute. Du treibst dich heute. Du. Ja. Bis bitte. Er macht das Taktik bei mir und wenn ich jetzt einmal was mache, ne? ist ja direkt verneidig. Ah. Ja, Latinos und ihr Temperamente. Hm. Ach so. Ich bin eher sauer, wenn ich sauer bin. Ach, herrje. Ich bin jetzt sauer, dass er sauer ist. So, fertig. Ach, mein Gott. Nein, bin ich nicht. Oh, lecker. Mhm. Warum tue ich so Sachen? Ach, ich arbeite hier. Ja, weil du eine Woche nicht mehr gegessen hast. Du warst so was? Du warst doch krank. Mhm. Nach ein Wochen würde ich auch den Kuchen vermissen. Boah, weiß ich nicht. Er hat eine Lebensmittelvergiftung. Ach, du sei es. Oh nö, das ist nicht gut. Ich habe zwischendurch einfach gedacht, ich esse einfach nie wieder was. Wenn es eh nicht drin bleibt. Naja, aber das ist auch keine Lösung. Irgendwann musst du etwas essen. Hast du vielleicht so einen Suppen vertragen? Ähm, ne, Weißbrot. Na, das ist auch okay. Ich habe zwischendurch mal Kneckebrot probiert, aber da mein Hals zu trocken war. Hm. Da war ich schon von der Magensäure. Natürlich. Ja, da hat das einfach nur weh getan. Ach, sag ich so. Ja, ich habe keine Ahnung, wo der andere hin ist. Sein Kuchen wird schon wieder kalt. Naja, so kalt wird nicht. Ist, glaube ich, immer noch 30 Grad, oder? Ich habe gar nicht den Wetterbericht gecheckt. Ich lese viel zu wenig Wetterbericht. Und Horoskop lese ich sowieso nicht. Nicht? Nicht. Ich war ja krank. Ich habe ja gar nicht. Na guck, dann kannst du... Werde ich schon wieder bedroht? Dann kannst du dann Horoskop lesen und ich lese Wetter. Welche Sternzeichen hast du denn? Löwe. Löwe? Dann erstmal Mainz. Okay. Mhm. 30 Grad. Verdammten Scheißen. Aber über Wochenende wird ein bisschen cooler. Boah, ich dusche doch jetzt schon dreimal am Tag. Kann das nicht mal ein bisschen abcoolen? Okay, äh... Es muss ihnen niemand erlauben, sich zu nehmen, was ihnen zusteht. Oha! Mhm. Nö, das ist cool. Natürlich ist Lover cool. Mhm. Wo steht denn das mit dem Horoskop? Wizzle News! Wizzle News! Wizzle News! Wizzle News! Venture, Wizzle News und dann... Ah! Das, äh... 4. 4. Ich wurde bisher... Ich wurde dieses Jahr erst einmal vom Horoskop bedroht. Okay. Ja. Einmal wurde... Also letztes Jahr einmal wurde meine Familie bedroht. Ach so, sei so. Ja, stand da drin. Jemand bedroht ihre Familie. Ach so, sei so. Ja, und dieses Jahr stand einmal drin, jemand, äh, äh, möchte ihnen schaden. Ach so, sei so. Aber dieses Jahr stand noch einmal drin, ist, äh... Ola! Als würden sie auf Glasscherben laufen. Okay. Du hast seltsamen Horoskopen. Absolut. So, ich hätte ja fast gesagt, dein Kuchen ist wieder kalt, aber bei 30 Grad kühlt nicht so schnell. Ach, mein Gott. Was sind denn immer neue Horoskope? Was sind denn immer neue Horoskope? Oh, hallo. Den ist immer busy, den Zeppel, eh. Wann machen die denn immer neue Horoskope? Ich habe keine Ahnung. Okay. Was? Ich lese ja gar kein Horoskop. Ich glaub daran nicht. 16 nehmen ganz schnell mit ist kaffee ist sowieso kaffee kassias Oh mein Gott, ist die noch? Okay. Okay. Weißt du, was da steht? No. Wie gesagt, ich lese die nie. Die Vergangenheit scheint sie in dieser Woche einzuholen. Also, es ist etwas auf dem Event gestern passiert, was halt, ähm, ja, wieder was von meiner Vergangenheit halt, ne? Wieder hervorgerufen hat, sag ich mal. Okay. Und dann steht, was auf ihr gutes Gedächtnis zurückzuführen ist. Rechnen Sie mit vermehrter Tag Träumerei. Lassen Sie sich nicht überholen und vertrauen Sie auf Ihre Zielstrebigkeit. Mhm. Derntiff, das Leben ist ein Geben und ein Nehmen. Okay. Okay. Mhm. Wie gesagt, ich glaube nicht an Horoskope. Ja, ich finde es nur interessant, wie es gerade so ein bisschen gepasst hat. Ja, aber die sind ja auch so formuliert, dass es auf viele Situationen zutrifft. Also, da ist ein Cherryshake, das ist ein Eis drin. Hola. Dann nehme ich einen Cherryshake. Ich wollte gerade sagen, ich habe Cherryshake gehört. Cherryshake. Möchtest du noch mal? Äh, Cherryshake. Ein Cherryshake mit Cherryshake? Okay. Mit extra Cherryshake drin. Und ein bisschen, eine anderthalb Kugeln Vanille? Ja, bitte. Okay. Mit extra Eis. Okay. 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 Und ein bisschen, 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 ein bisschen. Vielen Dank. Warte, du warst Hernandez, richtig? Hallo, Arbeitskollege. Hattest du den Drachenbootfest eigentlich noch mitbekommen, Nino? Du hast mir doch Hallo gesagt. Ach ja, richtig. Ah, da war ich schon halb am pennen. Es war so spät. Ja, richtig. Ich erinnere mich. Bitte so. Ich danke dich. Einmal vor Preis, bitte. Okay, den sind 10 Dollar. Jetzt wird's spannend, ne? Wieso? Nee, doch nicht so spannend. Keine Ahnung, ich kann mich heute nicht so gut strecken. Warte, was hast du gesagt? 10. Das werden wir nicht nachher noch eine auf den Kopf krieg. Wieso kriegst du auf den Kopf? Weil ich gleich in den Boxkurs gehe. Ach so, cool. Das ist ja witzig. Ich weiß gar nicht, ob ich's bereuen werde. Um 22 Uhr muss ich noch arbeiten. Es ist aber auch den Samrock-Gutscheinen und ich bin am überlegen. Aber ich glaube, ich interessiere mich mehr für Selbstverteidigung und Pole-Dance. Ich hab 25... Oh, was gibt's da? Es gibt ein Pole-Dance-Kurs. Ja, es gibt einen Pole-Dance-Kurs. Vielleicht muss ich mich doch nicht selbstverteidigen mit Boxen. Also, wenn du Pole-Dance weißt, wo, wann das stattfindet, dann sagst du mir bitte Bescheid, weil dann komm ich mit. Hab ich Bock drauf. Aber den Leuten unterschätzen das. Du brauchst richtig Muskeln in Oberarme und in Bauch, weil du musst ja dein eigenes Gewicht hochziehen. Das sieht immer so leicht aus, aber ich glaube, das ist gar nicht so leicht. Nee, ich glaube, die Stange reibt auch ganz schön, beziehungsweise so dieses... Die ist eingefettet, oder? Wie wenn man auf der Turnhalle hinfällt, auf dem Boden. Da hast du ja, ähm, hast du ja so Knieschütze. So, so. Denen um den Knie... Denen hab ich auch schon gesehen. Mhm. Ja, es kann mich halt nicht entsiden zwischen Pole-Dance und Selbstverteidigung. Aber wenn ihr Bock auf Pole-Dance habt, können wir das mal angehen, ne? Mhm. Ich wollte eigentlich Boxen machen, aber das hört sich hinterher auf Hand an. Ja, natürlich ist es interessant. Aber das macht auch Spaß. Ist heute Abend... Ja, heute Abend kann ich nicht. Ich finde es halt Freitagsabends immer sehr schwierig. Also, das ist, äh, tatsächlich seit Wochen das erste Mal, dass ich wieder hingehen kann. Mhm. Ist es okay für euch, wenn ich ja eine SMS-Gruppe mache? Manche Leute wollen ja ihre Handy-Nämonie nicht in Gruppen haben. Ja. Mach mal. Okay. Das ist immer leicht... Ich werde die Gruppe wahrscheinlich so oder so muten, dass sie mir nicht auf den Keks gehen. Wow. Du tust ja so, als wenn wir da 10.000... Ich mute alle Gruppen. Es tut mir leid. Du tust ja so, als wenn wir da zehntausende Sachen reinschreiben. Nee, ist okay. Wer weiß. Nein, das ist in Ordnung. Du kannst gerne muten. Wo nachricht ein Buchstabe. Ja, richtig. April, hast du auch Lust auf Poledance-Kurs? Vielleicht am Rock? Wie viel kostet der denn? 50. Uh, 50. Ja, aber ich weiß nicht, wie oft man das machen muss, bis man das gelernt hat. Ich weiß nicht, ob wir so Naturtalenten sind, die das beim ersten Mal checken. Mein Problem ist, ich werde wahrscheinlich nicht die Kraft in den Armen haben. Ja, richtig. Die Leute untersetzen das immer. Ja, das ist viel eher mein Problem. Dann gehst du auch mit Pequenia trainieren. Ich war eben mit Pequenia joggen. Ja, gut, dass die mich einfach nicht zurückruft. Frechheit! Die Frau macht mich fertig. Echt nicht? Ich kenne da noch so jemanden, der sich nicht meldet. Ist auch. Ich habe einen Amiga, die... Ich bin da bei euch immer genannt, Zwiebelmann. Ja. Oh Gott. Ich muss noch mal gucken, wann den immer war. Die haben das doch bestimmt bei Venturegram, ihre Kursübersichten. Ja, da wollte ich tatsächlich auch gerade drauf gehen. Hm. Ich mache mich auch zufrieden. Okay, bis bitte. Bye, bye. Ciao, ciao. Wenn Leute einem sagen, wir holen einen ab, aber welch Heingang. Ja. Ja, natürlich. Okay. Aber das ist doch nicht der Tanzkurs, oder? No, Balldance. Die hatten das auf einen Werbung auf Venturegram. Warte, hat er seine Bestellung mitgenommen? Wer hat Welsenbestellung mitgenommen? Er hat gesagt, er wollte eine annehmen. Ach so, ja, ich dachte, er hätte vielleicht was zu Trinken oder zu essen bestellt. Bei uns? Weiß nicht. Hat er ja nicht vorher einen Kuchen bestellt? Ja, den hat er mitgenommen. Okay, den hat er, okay. Ich dachte, du meintest so eine Unternehmensbestellung. Nein, nein, nein. Milchkaffee und seinen Kuchen hat der. Ja, so wie vergesse ich der im Moment nicht? Da muss man den Kopf hinterher tragen. Okay. Das ist morgen. Der Poldance-Kurs. Ja, morgen habe ich keine Zeit. Das haben wir am 21.06. gepostet. Und da steht diesen Samstag ab 19 Uhr. Aber ich dachte, die machen... Aber ich dachte, die machen das jeden Samstag dann. Nee, einmal im Monat im Shamrock. Ach du, scheiße. Ja, dann müssen wir nächsten Monat gehen. Ja, dann nächsten Monat. Ja. Aber wenn sie das einmal im Monat machen, dann muss die Stunde so gut sein, dass du das mit einem mal drauf hast. Weil du kannst ja nicht einen Monat Pause machen und dann wieder machen. Na gut, die machen das in Kooperation mit dem Unicorn. Also ich weiß nicht, ob wir da tatsächlich mit dem Unicorn trainieren. Und das Unicorn muss ja dann dementsprechend auch offen sein. Ah, fast der. Aber wir müssen uns tatsächlich für den dann immer anmelden. Also müssen wir dann da immer anrufen. Und wir können ja dann einfach Anfang nächsten Monat mal ausmachen, dass wir dann da einmal anrufen und fragen, wie sieht denn das aus? Welches Datum? Dann haben wir alle zumindest das Datum schon gemacht. Ja, richtig. Und dann können wir unseren Schichtplan freihalten. Und, ich sag mal so, einmal kann man es auf jeden Fall machen, weil dann kann man sagen, man hat es gemacht und sich es angeschaut. Und ja. Genau. Richtig. Und wenn man dann mal irgendwo, keine Ahnung, vielleicht, ich glaube, im Opis gibt es oben eine Holder in Stange und dann kann man mal ein paar Moves hinlegen, wenn man besorgen ist. Das verletzt sich nicht gleich ganz. Old Paletto in. In Paletto. Oben in Paletto. Dann muss ich eine Erinnerung machen für nächsten Monat. Ja, ich merke mir das bestimmt jetzt. Ich habe eine Erinnerung für den Boxkurs. Ich habe sie jetzt schon seit Wochen jedes Mal wieder auf den nächsten Freitag gesetzt. Ja, ich mache mir Ich mache mir für jeden Zeiss eine Erinnerung. Sonst vergessen ich auch. Im, ja, einmal, einmal monatlich Chemrock für Juli. So, erinnern. Äh. Ja, keine Ahnung. Dritten Juli. Das wäre doch eine Idee. Man kann sich doch auf Venture, man kann auch dieser Seite beziehungsweise Chemrock folgen. Dann kriegt man doch eine Benachrichtigung, richtig? Ja, aber nur, wenn den öffnen und schließen. Ich, ich folge ja manchen Unternehmen und ich kriege immer nur das Unternehmen ist jetzt geöffnet, das Unternehmen ist jetzt geschlossen, das Unternehmen ist jetzt geöffnet. Mehr kommt da gar nicht. Für so Beihkriege oder sowas kriegt man keine Benachrichtigung. No, richtig. Wie blöd ist das denn? Aber du kannst, du hast dann so einen Listen von meinen gefolgten Seiten oder sowas und da hast du einen Link. Also da kannst du ein bisschen schneller deren Beiträge finden. Das, das ist auch noch ein Ding. Warte, aber folge ich überhaupt Leuten an? Ich bin mit diesem ganzen Kram überhaupt nicht so... Äh, auf Venture Sites. Venture Sites? Genau, bei Venture Sites kannst du, wenn du den Unternehmen aufrufst, sagen folgen. Dann folge ich jetzt auch mal Chemrock. Da unten steht ja dann die Telefonnummer, die Adresse und dann steht da, wer da ein Fan und auf der Karte markieren. Und dann klickst du einfach, wer da ein Fan. Das Unternehmen wurde ihrer Sammlung hinzugefügt. Ja, richtig. Herzlichen Glückwunsch. Und dann hast du auf... Ich kann nicht noch was lernen. Ja, ich klebe viel am Handy. Betty schimpft auch jedes Mal. Und dann kannst du unter Profil, kannst du irgendwo... Wo war denn das? Deine abonnierten Kanäle steht da rechts in der Leiste. Och, nee. Achso, nee, das ist Venture Tube. Entschuldigung. Ach, kacke, Mann. Ich hab grad gesehen, wo ich heute Abend arbeiten muss. Ich hab keine Lust. Okay. Aber wenigstens der Arbeitskollege ist nice. Also deine abonnierten Kanäle ist für Videos und deine Favoriten ist, glaube ich, die Seiten, die du folgst. Ja, genau. Deine Favoriten ist das. So, und ich hab jetzt zum Beispiel 38 Benachrichtigungen und dann steht jetzt hier die ganze Liste nur Selfzone hat geöffnet, Selly Siesta ist telefonisch erreichbar, LaCatrina hat geschlossen. Also du... Sind die eigentlich morgen bei der Modenschau dabei? Sie. Guckt ihr euch das an oder seid ihr auch Models? No, Kettering. Kettering. Ah, Miguel. Noch mal, was? Kettering. Service. Selly's. Kettering. Kettering. Wenn du auf Venture gehst, auf Live, ne? Der erste Beitrag. Hab ich schon? Guck ich gerade, ey. Ja, da sind Bier drauf. Andauer. Ja, das guck ich gerade, ey. Ja. Ach ja, du hattest ja auch erzählt, du bist in irgendeinem Video, ne? Genau. Was war das noch mal? Das war in der Schlange von The Last Omega. Ja, aber welchen Dingens? Kanal. Welche was? Welche Venture Tube Kanal hat das Video gemacht? Also wo finde ich den? Also auf Venture Live ist. Und dann ist da direkt Post mit The Last Omega vorverkauft mit großem Anrang. Und dann gehst du da drauf. Und dann kommst du direkt auf das Video. Okay. Hab es gefunden. Ah, okay. Guten Abend, San Andreas. Mein Name ist Winston Rex. Ich hab so einen Rotrack mit Sprott. Ich hab mir ja an. Ja. Wo warst du mich an Sprott hin? Die haben zugemacht. Also, die kriegen neue Ware oder so. Doch unbedingt neue Klamotten. Die haben gestern Rabacke, ne? Hat voll viel Geld gespart. Ah, ich sehe dich. Du hättest mir ja mal in die Bank gekneifen können. Du hast Geld echt wie sonst noch. Wollen Sie sich für die Veranstaltungen? Ja, jetzt nicht mal wachgeschlagen mit dem. Oh Loli, ich bin auch dabei. Man sieht mich da rumlaufen an dem Foodtruck. Ja, das ist mein erstes Omega. Ich hoffe, ich stehe nicht noch daneben. Ich weiß nicht. Sie hat mich nur kurz selber gesehen, wie ich zum Foodtruck renne. Ich bin doch immer den Slange hoch und runter gelaufen. Hast du von Omega hochgeladen? Ah, sie. The last Omega, Vorverkauf mit großem Andrang. Ja, morgen werden wieder verkauft, aber ich werde es nicht noch mal versuchen. Gar keinen Bock mehr. Ja, das ist ja total verrückt. Die Leute haben da zweieinhalb oder drei Stunden gestanden. Angeblich fünf Stunden. Mindestens angeblich schon seit zwölf Uhr oder so. In den Videos haben sie gesagt, die ersten Stunden drei Stunden vorher lag. Ja. Ja, aber da haben sie, es werden nur Schlange gestanden, hat der Typ gesagt, ja, ab zwölf Uhr, bla bla bla. Ja, selbstbewusst mal Marketingleute. Ich mache da nicht mehr mit. Weil sie sagen so, ja, die haben 100 Karten, eigentlich wollten sie heute die Hälfte verkaufen. Jetzt tun sie ein bisschen mehr als die Hälfte verkaufen. Das Ding ist, es waren nicht so viele Leute vor uns. Das waren schon einige vor uns. Ja, aber nicht, dass über 50 Karten weg sind. Du kannst ja jetzt das Video pausieren, wir können mal erzählen. Ich habe doch durchgezählt, weil es schon da stand. Wenn das Video gemacht wurde, ist jedes Mal entweder ein bisschen mehr oder weniger Leute. Wir wissen nicht, ab welchem Zeitpunkt das Video, weißt du, genau gedreht worden ist, ob da nicht schon angefangen hat und schon ein paar Leute drin waren oder nicht. Weißt du, was ich meine? Stimmt, stimmt. Und ich habe nachgezählt und es waren gar nicht so viele Leute vor uns. Und auch wenn alle eine Doppelkarte, also zwei Karten gekauft hätten, hätte es nochmal gereicht. Ja, ich fand das auch krass, dass die Leute da wirklich zweieinhalb oder drei Stunden stunten. Ich mache sowas halt nicht. Wann kam ich? Weißt du, ich bin eine Stunde vorher da gewesen. Knapp eine Stunde. Ja, und du standest schon voll weit hinten, ne? Ja, es geht, ne? So ein bisschen hinter der Hälfte. Du musst in die Toilette. Da hinten. Neben dem Geldautomaten. Da. Neben dem Geldautomaten. Ich werde es finden. Da, wo mein Finger hin zeigt. Links vom Geldautomat. Wie schwer ist es, seinem Finger zufolge, ne? Wenn du nachher da so einen Pipiflex siehst, dann weißt du, es war kein Tier, es war Miguel. Okay. Aber er ist witzig. Der ist cool. Das ist ja dann doch ein Tier gewesen. Hahaha. Nein, Spaß. Er ist witzig, ey? Ich weiß nicht, aber witzig. Manchmal geht er mir ziemlich auf. Also ich finde euch beide total suß. Hola. Hola. Wie geht denn dir? Ist okay. Sön. Brauchst du ein Abkühlung? Jo, Gwen. No, hola. Ey, yo, yo, yo. Möchtest du was trinken? Äh, ja. Ja. Irgendwas Kühles. Ganz egal. Hm, Sherryshake mit Eis? Ja, ja, Sherryshake. Machen wir einen Sherryshake. Sherryshake, Sherryshake. Ich ziehe was aus, ja. Okay. ... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe keine Lust auf Foodtruck. Ich spreche extra leise. Bitte was? Ich habe gesagt, ich spreche extra leise. Hat heute niemand Lust auf Foodtruck? Meinst du Foodtruck rausfahren oder was? Ist doch Freitag. Ist das nicht jeden Freitag? Foodtruck ist tatsächlich spontan. Wer Bock hat, kann. Aber das sieht anscheinend nicht so aus. Okay. Mein Problem ist, also ich würde Samstagmittag vielleicht eventuell nochmal aufmachen. Ja, gerne. Wie Safe Zone. Und da gegebenenfalls mit Foodtruck ein bisschen durch die Gegend fahren, das wollte ich aber spontan entscheiden. Ja, okay. Ich dachte, das ist jeden Freitag. Nein, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich würde halt ganz gerne eigentlich den Boxkurs immer beibehalten. Das ist halt immer eine Kack-Uhrzeit. Nein, alles gut, alles gut. Ich wollte dich jetzt auch nicht überreden. Ich hatte nur, es hat sich halt niemand eingetragen. Und ich habe keine Lust, jetzt ohne Pause wieder zu arbeiten. Von, also bis 20 Uhr und dann, Sally's geht ja dann sofort los. Das ist ja dann auch 20 Uhr, ist da ja Start. Ja, wenn die machst du hier um, keine Ahnung, halb sieben zu. Also du musst ja jetzt nicht durcharbeiten. Du stehst ja eigentlich auch nur bei der oberen Schicht drin, oder? Ja, mit Absicht. Weil ich sonst keine Pause habe. Also dann stehst du ja bis 18.30 Uhr drin, also abgestimmt bis 18.30 Uhr. Ja, aber ich dachte, ab 18.30 Uhr ist immer Foodtruck. Äh, nee. Also das bedeutet einfach nur das Sternchen. Das heißt, wenn jemand ein Sternchen an seinen Namen macht, will er an dem Tag mit dem Foodtruck raus. Ach so. Mhm. Ich lerne immer noch dazu. Okay. Ja, es ist ein bisschen komisch geschrieben. Okay, verstehe. Ja, cool. Okay. Dann, äh, gibt es nur bis, äh, bis sieben heute höchstens. Längstens. Weil ein bisschen Pause zwischen den Schichten tut mir schon gut. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, richtig. Ich weiß, wie geredet ich bin, wenn ich hier erst selbst bin und dann direkt im Anschluss, äh, Mario da habe. Ja, richtig. Und ich mache ja auch super gerne Tea Time, aber von 16 bis 24 ist dann echt lang. Beziehungsweise 16 bis 23. Guck mal, wir haben eine Bestellung reingekriegt. Ist die schon vorbereitet? Vielleicht kannst du das noch machen. Mhm. Dass du die Bestellung gerade vorbereitest, wieder im Außenlager wie immer. Ja, natürlich. Und dann einfach nur dazu schreiben vorbereitet und alles andere, die Haken werden dann gesetzt, wenn wir es ausgeliefert haben. Dann könnte man die rein theoretisch, äh, auch, ha. April hat die Hotline, okay. Ja, ich habe ja sie heute auch gelassen. Beim letzten Mal hat das nicht funktioniert, dass jemand anders sie übernommen hat. Und dann, ich wusste nicht, dass ich dann, äh, das, äh, nicht abschalten darf. Und dann haben die in der... Einfach, einfach lassen, genau. Ja, mit dem, mit dem Flugmodus, das wusste ich nicht. Und die haben in der Fahrschule gesagt, du musst jetzt Flugschule, du musst, du darfst jetzt kein Handy mehr haben, du musst dein Handy ausschalten. Und dann habe ich aus Panik die Hotline auch ausgeschaltet. Weil ich war doch voll aufgeregt bei Vorratschein. Ähm, okay. Ich, ich versuchen mal. Es kann sein, dass, äh, ich etwas kochen muss, von dem ich das Rezept nicht weiß. Dann, äh, sage ich dir nochmal Bescheid. Was genau meinst du? Ich sage, es kann sein, dass ich etwas, ähm, kochen muss, von dem ich das Rezept nicht weiß, weil es nicht in der, in der Liste dabei ist. Ja, aber was genau meinst du denn? Äh, den Pups. Da habe ich das Rezept nicht gefunden. Ach so? Ne, der wird bestellt. Ähm, kannst dann, wenn du nicht genug haben solltest im Lager, kannst du die einmal hier im Regal von vorne holen. Okay. Ich sage mal. Musst du nachprüfen? Bitte? Du nachprüfen musst, ob du abgeschlossen hast. Ja, ist es. Deswegen bin ich nochmal zurückgekommen. Ich bin sehr stolz auf dich. So geht es mir nämlich auch immer. Ich laufe weg und dann denke ich, ah, hast du jetzt abgeschlossen oder nicht? Ich check lieber dreimal. Ja. Ich bin sehr stolz auf dich. 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 Ich verabschiede mich. Okay, bis dann. Ciao, ciao. Du kannst dann auch immer in die Gruppe schreiben, wenn du die Bestellung fertig vorbereitet hast. Okay. Weil dann kann April gegebenenfalls die Bank anrufen, ja? Okay. Schönen Tag dir. Tschüssi. Hasta luego. Schönen Tag. Schönen Tag. Ich weiß, was wir am Wochenende machen. wir dürfen kochen sind 12 15 18 wir müssen sowas von kochen am Wochenende 18 rainbow pasta 1 2 3 4 5 6 x 3 sind 18 die waffles sind auch 18 der poos ist bei 16 und der cake sind 4 stacks das passt perfekt 2 3 und 4 5 19 10 12 12 13 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich nehme den Cheesecake. Gerne. Was kostet der? Der... Sekunde, ich war noch am schreiben. Der kostet 14. Das ist Zöhn. Die habe ich. Und das ist Zöhn. Ich mache ihn gleich. Ja, okay. Die werde ich gerade noch haben. Okay. Hola. Wie kann ich's helfen? Ja, was haben Sie denn alles hier Schönes? Leider ist den Tee-Time vorbei. Ich kann Ihnen gerne eine Karte zeigen, wenn Sie möchten. Ja. Also wir haben Kaffee und Kuchen in der Hauptsache. Ja, ein bisschen Teespezialitäten. Wir haben unseren eigenen Vanille... wie sagt man... Wie sagt man? Vanillepudding. Der Einhornpups, das ist ein Vanillepudding. Und ein bisschen was Herzhaftes. Den Tee-Time haben Sie leider verpasst. Nicht schlimm. Dann, äh... Also den Cheesecake haben Sie noch, ne? Äh, ja. Natürlich. Genau. Dann nehme ich einmal den Cheesecake. Mhm. Und Senora? Ich hätte gern einmal diese Waffel und einmal diesen Einhornpups. Und... Mh... Dann nehme ich noch... Dieser Rainbow Juice ist Alkohol... No, 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 no. Der, äh, der Rainbow Cocktail ist mit Alkohol. Der Rainbow Juice ist einfach eine, ähm, Saftmischung. Ja, sag ich ja. Okay, ja, dann zweimal den bitte. Mhm. Äh, sagen Sie, machen Sie dreimal. Drei, äh, Rainbow Juice, ja. Ja. Sie können sich gerne setzen, wenn Sie möchten, oder kurz warten. Ja, dann. Können Sie setzen uns? Okay. Ja, ich habe einen, äh, avec Thin, которая auf dieser Falle. Und der Bomber paralyze ich mich. Also, ich freue mich, wenn Sie sich glänzieren, auf der Falle miinigt die Handlautung. Und dann, wenn Sie sich glänzieren, wenn Sie sich glänzieren, um gut dann müssen. Ich höre, wenn ich es nicht glänzieren, um gut dann diese Stunde hinein. Und dann, wenn Sie sich glänzieren, wenn Sie nicht glänzieren, dann mit den Sandeln. Und dann, wenn Sie sich glänzieren, wenn Sie das glänzieren, dass Sie mit der Umgebung, dann mit der Falle, umgehen. Und dann, wie Sie sich da vielleicht gefällt, wie Sie sich nicht glänzieren, um gut dann zu einem, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Wohin könnten wir fahren? Ähm, Moment. Ist geöffnet. Willst du dir mal Tattoos angucken gehen? Okay, dann können wir gleich Tattoos angucken gehen. Wir können... Ähm, genau, Savestom hat... Ja, sonst hat nichts weiter geöffnet. Wir gehen einfach gleich Tattoos angucken. Tequila. Du 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 du. Ja okay, ich glaube mir geht es nicht so gut. Guck mich mal ganz kurz an, seit wann hast du so grau-braune Augenbrauen? Madame, wie viel bekommen Sie überhaupt? Wissen Sie das schon? Ja, natürlich. Wie unangenehm wollen Sie noch sein? Das mag ich jetzt nicht mehr. Ja, richtig. 46 sind das nachher. Ich verstehe auch nicht, warum man so ist. Ich finde auch, ich bin eine ganz sympathische. Mhm. Oh mein Gott. So, bitteschön. Hola. Sie, wie viel bekommen Sie? 46, immer noch. Ach so, habe ich gar nicht gehört. Ach, Sade. So, Moment. 46. Oh mein Gott, ich gebe dir jetzt alles, was ich auf der Hand habe, okay? Ja, Moment. Ich wollte Gwen noch bedienen, aber okay. Scheiße. Nein, Gwen, ich liebe dich. Hier, die wurden mir rübergeschoben. Ich gebe dir auch dein Cocktail. Ja, alles gut. Hör auf, wenn sich die ganze Zeit nicht zu bewegen. Bitte, Zoom. Danke dir. Gerne. So, ah nee, falsch. So, warte. Also, 46 hast du gesagt, ne? 46 ist richtig. Bitte schön. Gratias. Kein Problem. Okay, Gwen, wir können jetzt so blazing tattoos hat geöffnet. So, möchten Sie etwas davon auf dem Tisch parken, um es später zu essen, oder wollen Sie quasi sofort? Sofort. Alles sofort. Okay. Dann war das den Cake für Senor. Danke. Gerne. Und sehr viel für Senorita. Wie viel kriegen Sie denn? Na, eine Sekunde. Ihren Bestellungen, muss ich gerade mal auf dem Zettel wiederfinden. 72. Gratias. Lass uns schmecken. Danke. 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 Das ist so gut. Bessina! Hä! Was ist? Was ist denn? Du hattest recht, Miguel ist lustig. Ja, sag ich doch. Ah, weißt du, er sagt es zu mir, weil ich ein gut aussehender Typ bin. Okay. Ah. Würdest du sagen, ich bin hässlich, du leid hast? Äh, nee, so wie du nicht sagen wolltest, dass ich nicht fett bin. Ich wollte dich auch nicht. Aha. Nein, lass dich nicht immer von mir ärgern. Jetzt bleibst du hier. Ich hab mich doch gut. Nein. Ich hab mich doch nicht. Ich hab mich doch nicht. Ich hab mich doch nicht. Vielen Dank. 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 Ja, okay. Ja, warum nicht? Die ist 23. Ja. Aber das hat... so wollt ihr noch etwas sonst würde ich schon aufholen wir müssen ja gleich zur arbeit ok dann sehen wir uns nachher 19 30 ist ja okay ich weiß ihn nicht ich weiß ihn doch nicht jetzt machst du mir stress ich bin doch nicht fertig hier ja frag mal ich muss aufholen ich habe eine kurze frage wann sollen wir denn da sein also wie viel früher sollen wir da sein also sonst fängt es an um ok ok ich bin beim bei der fechst du Ich habe doch kein Auto. Ja, ist das mein Problem? Ich bin noch bei Arbeit. Was will er jetzt? Ja, was will er denn jetzt von uns? Ja, Entschuldigung, aber... Muss er mit leben? Ja. Bis bitte. Bis bitte. Ich muss bitte... Bis bitte. 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 6, 12, 15, 18. Passt da. 18 Waffles. Jawohl. 12 Pups. 16 Pups. Und 16 Dingens. Hallo. Hallo. Grüß dich. Na? Was geht bei dir? Äh, nicht so... Naja, was heißt nicht so viel? Eigentlich habe ich schon Stress. Ja, alles gut. Ja, alles gut. Ich bin noch bei den Safe-Zone am Aufholen und ich sollte eigentlich um 8 Uhr zur Arbeit. Jetzt hat der Chef eben erwähnt, dass wir um 19 Uhr eine Gesellschaft da haben. Aber ich habe mir gedacht, er muss ja jetzt mit leben, ne? Ich werde hier noch aufgehalten. Achso, wo bist du denn? Äh, Safe-Zone gerade am Fertigmachen quasi. Achso, und wo musst du hin? Äh, Sally's. Ah, verstehe. Hast du ein Fahrzeug? Ja, verrat. Aber das ist ja nicht das Thema. Das ist ja beides um die Ecke. Ja, das schon. Ich habe ja beide Arbeitgeber quasi um die, äh, ja, in der Nähe. Ja, okay. Ja. Ja, stimmt. Ja, richtig. Das war so ein mittelmäßigen Stress gerade. Aber sonst alles okay. Wie geht denn dir? Ja. Okay. Ja, soweit gut. Also ich hatte gestern einen wundervollen Abend noch gehabt und, äh, bin jetzt auf dem Weg tatsächlich zu Seabreeze. Was ist das? Seabreeze. Ach, Seabreeze. Ich habe Savory verstanden. Nein, Seabreeze. Ne, Seabree, dachte ich, ist irgendwie so ein Modeding oder so. Nein, nein, nein. Aber ich bin am gucken, also am überlegen, weil ich habe einen Gutschein für den Thrift-Shop. Mhm. Ich würde gerne dort shoppen gehen, aber ich will ungern alleine gehen. Hm. Ich habe leider heute wenig Zeit. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt zu einer Pause komme, weil ich hier noch dran bin. Oh, nein. Das tut mir leid. Ja, ich hasse das. Nein. Ach was, ich habe doch ein Bluetooth-Headset neuerdings. Ah. Ich kann doch hier mit den Händen arbeiten. Ja, natürlich. Das ist mega cool. Ich kann mit den Händen weitermachen und wir können quatschen. Mhm. Ja, das ist sehr cool. Sie? Ich habe schlauerweise mein Fahrrad nämlich unten bei Seabreeze stehen gelassen. Ah, Seize. Weil ich ja gefahren wurde. Sie? Du warst auch bei dem Drachenboot. Ja, du bist ja da bootgefahren, ne? Genau, wir haben ja noch was zu trinken und zu essen bei dir. Ja, es weiß, es weiß. Aber du warst ja im Prinzip beruflich da. Genau. In der Hauptsache. Oh, ich wäre gerne mitgefahren. Ja. Aber es wurde ja... Wenn du Zeit hast, dann fahre ich sie mit dir. Okay, was kostet das? Wenn ich sie mit dir fahre, dann zeigst du nicht. Ja, richtig. Ich fahre sie mit dir privat. Uh, cool. Ja, super. Das klingt sehr schön. Ja, ich zeig dir die Tour. Dann siehst du, was du... Verpasst haben. Was du verpasst hast. Ja, sie. Genau, aber du kriegst sie dann exklusiv von mir. Oh, sehr schön. Das gefällt mir gut. Ich werde extra für dich den Text auswendig lernen, weil ich ihn nebenher nicht ablesen kann. Oh, Seize. Musst du Text lernen. Oh oh. Also, ich habe gestern den ganzen Abend die Geschichte über das Drachenbootsfest erzählt. Mhm. In dieser Bootstour. Mhm. Und einen Teil weiß ich tatsächlich schon auswendig, aber halt noch nicht alles. Aber wenn ich mit dir diese Bootstour mache, möchte ich dir die Geschichte natürlich auch erzählen. Kannst du üben. Ja, und dann kannst du üben. Genau. Ach, sehr schön. Bis nächstes Drachenbootsfest. Ach so, ich dachte, du musst diesen Tourtext auswendig lernen. Warst du bei der Tour? Nee, die habe ich nur gestern gebraucht. Ach so. Das ist ja nur, diese Tour war ja extra für das Drachenbootsfest. Ah, ich dachte, ihr habt einen normalen Tour auch so. Ne, da haben wir das jetzt nicht. Also nicht, dass ich wüsste, dass wir da einen Text oder sowas hätten. Ach so. Ich dachte, es gibt auch so Touren, wo man auch erzählt, guck mal, das ist der Allermussee. Der heißt so, weil so und so. Ich dachte, sowas. Also, weiß ich tatsächlich nicht, aber mit den Booten, die wir haben, kommen wir, glaube ich, auch nicht auf den Allermussee hoch. Ach so. Wir haben dafür zu viel Tiefgang. Ah. Ja, ich habe keine Ahnung von Booten. Du hast den Anker auf dem Führerschein. Ja. Ja. Und ich habe jetzt auch einen Motorrad und ein Auto drauf. Ich darf jetzt ganz legal Auto fahren. Oh, sehr schön. Sehr schön. Ja, ich habe ja am Mittwoch gemacht und am Donnerstag muss ich direkt Firmenauto fahren. Wow. Ja, sieh. War nicht schlecht. Siehst du, ich habe den Führerschein ja am, äh, wann war das? Am Donnerstag gemacht. Mhm. Und bin Mittwoch mit dem Auto runtergefahren vom Norden. Ja, aber das habe ich ja noch nie gehört. Nee. Das, äh, sowas merke ich mir, sowas vergesse ich irgendwie immer ganz schnell. Mhm. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Mhm. Ja, wenn meine Amigas mir erzählen, sie haben einen Straftat begangen, dann vergesse ich sie immer so schnell. Das ist jetzt dein Problem, oh. Ja, das ist echt, ähm, okay. Si. Ich habe da, ich habe da ein Gedächtnisproblem. Ja, ich habe auch tatsächlich. Ich habe da das gleiche Problem. Also ich weiß es dann auch nie. Sehr schön. Ja, ich glaube, da haben wir dasselbe Problem. Ist ja furchtbar. Ja, richtig. Vielleicht sollten wir uns mal untersuchen lassen. Nein, gar nicht. Ich glaube, das ist eine sehr positive Eigenschaft. Ja. Ich bin eine, ich bin eine grottenslechte Zeugin. Ja. Weiß dies. Ja. Ja. Ja, gut. Ich, ähm, laufe jetzt mal zur Seagreeze und mal gucken, was da so ansteht. Was ich mich noch wundert, mich hat irgendwer angerufen und ich weiß, kennt die Nummer nicht. Okay. Keine Ahnung, wer das war. Und die Person hat jetzt wieder angerufen, weil ich zurückgerufen hatte. Aber wer das jetzt war, weiß ich immer noch nicht. Okay. Ja. Naja. Hm. Egal. Schön. Ja, gut. Äh. Naja. Ja, gut. Äh, dann, äh, wir sehen uns vielleicht heute Abend noch, wenn du Lust hast auf, äh, unsere Beach-Party, Salis, und, äh, ja, wir haben heute so eine Spezial-Beach-Party-Dingen. Ich weiß gar nicht, wie das genau heißt. Es muss irgendwo auf Venture-Live stehen. Okay, ich guck mal. Ansonsten, wenn ich Zeit hab, komm ich vorbei. Mhm. Okay. Ja, ansonsten freue ich mich aufs Bootfahren. Ja. Sag einfach Bescheid, wenn du Zeit hast und... Ja, ich überlege gerade. Ich glaub, ich hab am Sonntag frei. Ja, morgen ist diese, morgen ist wieder so ein Event, aber am Sonntag hab ich's komplett frei. Ah, no, am Sonntag ist Kochkurs. Aber ab 19... Ja, richtig. Aber ab 19 Uhr hab ich dann auf jeden Fall wieder Zeit. Okay. Ja, gut. Ich weiß noch nicht genau, weil ich... Dann können wir in den Sonnenuntergang fahren. Ja. Genau. Ja, sehr schön. Bei mir wird's wahrscheinlich 20 Uhr, aber das passt ja dann perfekt. Mhm. Gut. Dann machen wir das am Sonntag. Okay. Alles klar. Gut. Dann noch viel Erfolg bei deinen Jobs. Ja. Ja. Und schneid dir nicht in den Finger oder... No, no. Oh, no. Alles gut. Ich saff'n das. Ja. Ich find das total cool, dass ich jetzt freihändig telefonieren kann. Das ist total mega. Ja. Ich glaub, ich muss mir auch so was dazu sagen. Das kostet nur 75 Dollar. Oh. Okay. Okay. Also, sie haben auch ein teureres, also bei Digital Den. Mhm. Sie haben ein teureres für 200 und ein billiges für 75. Aber bei mir ist das so, dass meine Haaren da so perfekt drüber liegen, dass man das nur sieht, wenn man ganz, 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 ganz genau hinguckt. Deswegen sieht keiner, dass ich das billiger habe. Ja, verstehe. Eh, gut zu wissen. Ja, oder die Leute sehen generell nicht, dass ich es überhaupt habe. Die müssen es uns sehr genau hingucken. Meine Frisur ist da sehr praktisch, was das angeht. Ja. Dann wird mir den nicht geklaut. Stimmt. Wenn das... Richtig. Ja. Und du kannst telefonieren, ohne dass es jemand bemerkt. Richtig. Ich kann total heimlich... Richtig. Ich kann das Handy in der Hand halten. Also, ich halte das ganz locker in der Hand, damit der Bluetooth-Empfang halt noch stimmt. Das könnten die Leute schon bemerken, weil wenn ich es in die Hosentasche stecke, bricht die Verbindung ab. Aber ich könnte schon ziemlich diskret Polizia rufen oder so, ja. Aber... Ja, das stimmt. Es darf nur keiner sehen, wie ich gewählt habe. Aber dann... Ja. Ansonsten halte ich es nur ganz diskret in der Hand. Mhm. Stimmt. Mhm. Was ist denn der Vorteil? Also, wenn dir mal was passiert... Mhm. Kannst du auf jeden Fall um Hilfe rufen. Ja, richtig. Muss halt die Polizia dann auf der Kurzweil haben. Ja, schwierig. Ich sag ja, beim Wählen darf mich keiner sehen, aber dann kann ich das Handy im Prinzip locker in der Hand halten. Aber wieso ist das schwierig mit der Kurzweil? Du kannst doch Favoriten festlegen. Ach, wirklich? Dann sind die ganz oben. Ja. Ja, stimmt. Kannst du nur den Stern antippen. Ach, das heißt ja, das habe ich noch gar nicht gemacht. Ja, das ist eine gute Idee. Du hast immer diese simplen Ideen. Du hattest auch diese geniale Idee mit den Post-its. Ja, manchmal die einfachen Dinge halt, ne? Ja. Voll schön. Ja. Ich wollte aber tatsächlich mal die Rufnummer bei mir im Telefon einspeichern. Ich habe sie noch gar nicht eingespeichert und ich stand da jetzt auch da und dachte so, ach scheiße, wie war jetzt nochmal die Nummer? Hm. 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 Ja. Naja, die Nummer ist ja nicht so schwer, aber das mit den Favoriten ist eine gute Idee. Ja, jetzt weiß ich die Nummer auch. 912. Ja, ich habe sie fürs MD gebraucht, aber in dem Moment, wo ich sie gebraucht habe, fiel sie mir nicht ein. Na, das ist doof. Ja. Ich werde sie noch einspeichern. Hm. Okay. Ja, es machen das auch mit den Favoriten. Das ist eine gute Idee. Mhm. Okay. Sehr gut. Hey. Oh, ich bin dann gleich bei Seabreeze und ich kann leider nicht mit, ähm, letze Telefon abonnieren. Daher werde ich jetzt dann das, äh, leider auflegen. Ja, alles gut. Ich wünsche dir den Zündernabend. Wünsche ich dir auch. Bis dahin, ne? Bis dann. Ciao. 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 Keiner passt da außer mir. Sehr schön, jetzt konnte ich das Headset mal richtig einsetzen. Jetzt konnte ich währenddessen Sachen aus dem Kühlschrank greben. Vielen Dank. 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 Ja. 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 Sie meinte, ich gebe das jetzt erst mal die Kinder, ey. Hm, äh, okay, ja, finde ich unangenehm. Fand ich auch voll unangenehm. Und dann bin ich gerade am Mischen und sie, hier, äh, Madam, was kostet das denn? Wissen Sie denn schon? Ich habe gesagt, wie unangenehm wollen denn sie sein? Das kostet 46. Ich glaube, sie hat nicht gehört, aber sie war wirklich unangenehm. Okay. Und die Leute kaufen ja hier echt wenig Alkohol. Deswegen, den Alkohol fülle ich auch nicht auf. Ja, nur ganz selten. Also, ich glaube, ich habe bisher hier einmal vielleicht einen Rainbow Cocktail verkauft. Und das war's. Ja, richtig. Ich habe jetzt auch irgendwie heute das erste Mal überhaupt hier Alkohol rausgegeben. Und, äh, ich, wie gesagt, ich fuhl den jetzt auch nicht nach, weil ich glaube, das geht so wenig über die Theke. Ja. Aber das war schon sehr unangenehm. Also, no. Was haben wir noch? Ich glaube, Heartbreaker ist das andere, was wir noch da drin haben? Äh, sie. Die, äh, Love, Love Juice oder so. Love Shot? Love Shot. Love Shot? Irgendwie sowas, ja. Ja, es gibt auch noch Love Shot, ja. Achso. Ja, ne. Ich glaube, einfach, weil wir auch gar nicht so spät auf haben. Ja, richtig. Um die Uhr zu auf haben, sind die Leute halt gar nicht so, sag ich mal... Ja, ja, wir haben halt Nachmittag, nicht Abend. Ja, genau. Na, und das ist halt nicht so die Zeit für Party machen, sag ich mal. Ja, richtig. Und ich mache auch super gerne den Tea Time, aber ich suffer eigentlich nur mittwochs und freitags, wirklich um 16 Uhr schon da zu sein. Aber das mache ich dann total gerne. Ich liebe Tea Time. Und dann mache ich den Leuten immer gerne auf das Sonderangebot aufmerksam. Und dann denken sie, oh, das ist sehr günstig, dann komme ich wieder. Also, mit so einem Sonderangebot kann man ja auch mega gut Werbung machen. Ja, absolut. Das sind halt besonders für die, die, keine Ahnung, vielleicht schon so am frühen Nachmittag heute schon am Arbeiten sind, wie jetzt für die Pee-Dealer oder so. Die kommen gern vorbei. Ja, die kommen tatsächlich ab und zu. Ja, ich hatte auch gestern ein paar Kollegen aus dem Emly mit dabei. Da wurde schon übrigens befördert. Ja, Glückwunsch, Auto und befordert. Ja. Ich hatte Ihnen mehr Geld, nachdem ich heute sehr viel ausgegeben habe. Okay. Ich traue mich gar nicht, jetzt erst mal auf mein Konto zu gucken. Aber du bist auch bei, warte mal, ich muss gucken, wer anruft. Okay, warte mal ganz kurz. Ja. Ja, ja. Äh, Uno, frago. Ja. Hast du schwarze Flip-Flops? No. Leider nicht. Ich habe gar kein Flip-Flops. Das ist so schade, weil ich habe die Hose mir gerade, die ich dir gegeben habe, ne? Habe ich mir in schwarz gekauft. Aber ich habe keine passenden Schuhe, weil ich habe nur Sneaker. Ja, ich auch. Ich habe auch nur Sneaker und Boots. Ja, genau. Sneaker und Boots. See. Ich muss mich mal gucken, wie das aussieht mit den Boots. Du, ich bin immer noch im Stress. Ich muss es abwirken. Oh. Ja. Alles gut. Wir sehen uns um acht. Jo. Ja. Ich liebe mein Bluetooth-HZ. Das Bluetooth-HZ ist so cool. Also das ist ja ja. Bei Digital Den. Ach so, ah ja. Ich dachte, du hast aufgelegt. Ah, jetzt hat sie alles aufgelegt. Okay. Sie hat noch gehört. Ja, aber ich habe gerade auch mit einem Amiga telefoniert, während ich die Bar aufgefühlt habe. Ich hatte sie einfach im Irschchen und hatte beide Hände frei und konnte Rucksack packen. Und dabei quatschen. Ich mache das noch so alt, wo ich nicht klemmere zwischen Schultern und dann schaue ich, wie ich klarkomme. No, no. Das kostet nur 75 Dollar. Oh, okay. Also das Billige. Die haben bei Digital Den, haben sie ein teueres für 200 und ein billiges für 75. Und, aber weil meine Frisur halt so gemacht ist, dass man meine Ohren sowieso nicht sieht, habe ich mir einfach das Billige genommen. Also man muss sehr genau hingucken, damit man es sieht. Okay. Wenn du sehr genau im richtigen Winkel, dann siehst du ein bisschen rot auf meine rechte Seite. Ich habe ein roten Headset genommen. Okay. Aha. Oh ja, so cool. Ja, und das ist auch total gut versteckt. Das heißt, dass sie, irgendwelche Kriminelle sehen das auch nicht sofort, dass sie das klauen möchten oder so. Hm. Aha. Oh ja, und dann? Und man kann einfach währenddessen weiterarbeiten und mit den Leuten quatschen. Das ist total cool. Ach ja. Ich muss leider gleich weiter zu Sally's. Ja, ja, ich habe mir gedacht, kein Problem. Ja, richtig, ich muss noch ein bisschen aufholen und überweisen. Okay, ja. Aber wenn du Lust hast, kannst du es bitte zu Sally's kommen. Wir haben heute eine Beach Party. Oh, bis heute. Ein Beach Event. Sie. Okay. Ich darf heute in Bikini-Kellnern. Darf ich in Bikini kommen? Ja. Das gibt, glaube ich, sogar eine Belohnung, wenn du in Strandklamotten kommst. Okay. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Nee. Aber ich darf heute auch in Bikini-Kellnern. Das ist nur heute. Ja, richtig. Es hat mir extra einen ausgeliehen. Um 20 Uhr fängt das an? Ja, richtig. Okay. Ja, ich gehe erstmal meine neu gewordene Freiheit genießen. Ja. Fahr mir ein bisschen die Insel anschauen. Ja. Dann fahre ich ein Stück vorbei. Ach, sehr schön. Fahren vorsichtig. Ja, mache ich. Viel Spaß. Der Auto ist so cool. Bis dann. Ciao. Tschüss. So, wo waren wir jetzt 149. Ich wollte noch zwei Pastas nachfüllen. this ist so cool. Ich muss jetzt schon ganz kurz nachfüllen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich werde morgen ein bisschen kochen, ne? Ich schreibe mal in Gruppen, ob noch jemand Lust hat. Ja. Zusammen macht mehr Spaß. Hm, das stimmt. Äh, ja. Hm. Hm. Well, 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 well. Hm. Die Frage ist, mach was, wo tun wir das Öl hin? Boah, ich hab keine Ahnung, wo Öl ist, tatsächlich. Ja, ne, ich weiß, wo Öl ist, ähm, das, äh, Algenzio macht zu. Ach so? Und, äh, die haben, die hatten noch sehr, sehr viel Öl übrig. Ach so. Und haben uns das Öl, was sie übrig haben, zur Verfügung gestellt. Und, äh, äh, das sind, äh, das sind aber so um die 20 Flaschen. Äh, das heißt so. Ja, deswegen, ich weiß nicht. Aber muss das in den Kühlschrank? Das, also Öl lagert man doch, Zimmertemperatur, oder? Das ist voll. Das ist voll. Also muss das jetzt in den Kühlschrank. Ach so. Ja, den Spinat hab ich auch noch da reingeköchert, haben wir auch noch was bekommen. Und so Basilikum. Oh, voll cool. Mega. Das ist ja cool, dass die Italiener einfach Zeug raushaut. Ach so, das hab ich jetzt, die Pasta, ne? Ja, ich wollte den Rucksack verstauen. Ja, ich wollte den Rucksack. Okay, passt. Madame. Vögen weiw. Vor кажется, kurabi, paprika. Moda, schnaAs, paprika mehr, vasper談. So, let us see. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, ich muss aber jetzt erstmal eine rauchen. Vielen Dank. Vielen Dank. So, ich will die Weißen mal eben anprobieren. So, ich will die Weißen mal sehen. Vielen Dank. Okay. Dann habe ich den Bikini bei und das Baby-Blue-Top. Ja, die Weißen, die ziehe ich an, genau. Cool, 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 cool. So, dann will ich noch den Rest essen. So, dann will ich noch den Rest essen. Okidoki, 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 okidoki Vielen Dank. Vielen Dank. So, ich werde dann jetzt erstmal einer rauchen gehen, dann noch ein bisschen aufessen und dann geht's, ja, pünktlich gegen 20 Uhr weiter, dass ich es noch dazu, ja, also ich werde das schaffen bis zu Sally's, bis 20 Uhr, alles gut. Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. So, dann zum nächsten Job. Vielen Dank. 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 Ja. Ja. Ja, dann trägst du es gar nicht ein. Ja, ich wusste nicht, dass ihr diese Regel auch habt. Nein, natürlich. Okay. Okay. Das heißt, das heißt, die braucht ihr nicht bedienen. Ja, die haben wir uns gekriegt. Ja. Ja, es muss halt auch mehr beworben werden. Ja, es muss halt auch mehr beworben werden. Ja. 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 Ja, du hast ein Bikini an. Ja, du hast ein Bikini an. Ja. 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 Ja, das ist nicht knallig genug. Es ist generell immer ein Problem mit Tauranzügen. Ich hätte halt auch gerne einen mit kurzen Armen und kurzen Beinen. Aber ... Oh ja. Schottig. Na? Na. Und? Mit Tauranzug ist er auch cool. Er war jetzt nicht knallig genug, das Orange. Nein, ich. Aber der ist, das stimmt, der ist ein bisschen sehr matt. Ja, der ist, der sieht halt aus ... Und was ist? Na? Der sieht halt aus, wenn der schon ein bisschen zu oft gewaschen wird. Ich kann dir dein Bier schon mal geben, aber den Auberginen muss ich noch ein bisschen warm machen. Oh ja, kein Stress. Du kannst mittlerweile besser klein mit den riesigen Kühlschränken. Ach, ja, man gewöhnt sich dran, ne? Ja, kriegst du es ja hin. Natürlich. Bitte schon. Ich mach dein Auberginen noch. Mhm. Ich mach dein Auberginen noch. Ja, ich mach dein Auberginen noch. Ja, ich mach dein Auberginen noch. Ja. Ja, ich mach dein Auberginen noch. Ja. Ja. Ja, mein Gott, Urlaub, nicht Urlaub. Auf jeden Fall warst du im Ausland. Dankeschön. Biete gerne. Biete gerne. Acht, du Laris. Acht. Acht. Acht, okay. Ich hätte gern ein Syrup und ein Kripp-Rollé. Bitte. Krass, ja. 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 Ja, oder du kannst natürlich auch bei uns bleiben. Ja, ich bleib erstmal hier. Okay. Aber du kennst die Beach Bar bestimmt, ey? Mhm. Ja. Ist voll cool. Ach ja. Ja. Arbeiten wir fleißig weiter. Ja, ich weiß nicht, warum diesen, warum den Bauarbeiters hier die Schränke so direkt nebeneinander gebaut haben. Oh. Ja, das ist ein bisschen schwierig, aber es ist okay. Und es sind irgendwie siebenmal mehr Kohlschränke als US-Saison. Oh, okay. Ich hab noch nicht ganz den Durchblick. Ah ja. Aber es ist okay. Ich hab noch lange hier. Ja, richtig. Aber es ist okay. Ach ja, gut. Der Rap hat mich rausgebracht. Ein Kripp-Rollé und ein S-S-S-Kiss, bitte. Ich könnte dich jetzt auch testen, aber ich will dich nicht ärgern, deswegen lassen wir das. Nee. Ich hab gestern, ich hab nicht viel geschaffen, okay? Ich hab gestern sehr lange da. Ja, die Angel hat das komplett durchgezogen. Bis ganz zum Schluss. Ja, deswegen. Ja. Ein bisschen Nachsicht mit mir, okay? Ich war tatsächlich beeindruckt. Und ich war sehr dankbar, dass du das gemacht hast. Bin ich immer noch. Ja, aber es ist schon länger her. Also es ist halt schon länger her. War Mittwoch, ne? Ach so, ich hab noch gar nicht N39, Jada. Ich hol das ganz kurz, ja? Ja. Ja, genau. Ich hol das kurz. Freut mich aber, wenn wir wieder mehr Mitarbeiter haben. Natürlich. Also. Dann mach ich nicht mehr alles alleine. No. Äh, viele Seiten bis jetzt. Äh, ich weiß tatsächlich gar nicht. Ich glaube vier oder fünf. Zwei in Kusche, vier in Service, oder? Ja, aber sollten wir das vielleicht nicht sagen, deswegen. Ja, ach so. Aber sie ist bei Safe Zone, sie ist Partnerunternehmen. Ja, trotzdem. Entschuldigung. Wie gesagt, vier oder fünf im Service, glaube ich, den Rest, meine ich. Oh, okay. Also Safe Zone und Sally sind doch ganz dicke. Ja, sind sie aber trotzdem sollte man bei so RDP-Informationen auffassen. Ja, natürlich. Natürlich. Zuligung. Hast du nichts gehört, Enja? Ist schon vergessen. Ja, richtig. Ja, einfach vergessen. Ja, richtig. Ich habe so ein Fliegen gehören. Ich renne gleich einmal gegen die Tür, da habe ich alles vergessen, was davor passiert. Ja, perfekt. Und sie leben auch nur zwei Tage. Wahrscheinlich genau deswegen, ne? Richtig. Hey, ich meine, seit meiner Beförderung bin ich jetzt auf einem MD versichert, also... Oh, Glückwunsch! Ja. Und siehst du, ich habe heute viel erreicht, obwohl ich erst sehr spät aus dem Bett gegangen bin. Also Wahnsinn. Geht an, geht an Schlag auf Schlag. Ist unten auch ein bisschen Musik? Ja, wir haben die Tür da, glaube ich. Oh, ja, ich gehe mal runterschauen. Ich habe jetzt noch gepostet, was hier heute abgeht, oder? Ja, Hammer. Okay. Okay. Dann einmal den... Ach ja, und morgen wegen Kochen kann ich ja dann über das RDP hier sehen, ob du... Sonntag. Ach so, nein. Morgen in Saison kochen. Ja, richtig. Du kriegst es. Aber du, du kriegst es doch so, was nicht so? Ja, es macht mehr Spaß zu zweit. Ich überlege gerade, wer muss das zahlen, habe ich gerade überlegt. Kann ich mir noch ein bisschen von dir abgucken? Das passt so. Oh, okay, Dankeschön. Ach ja. Also, es war kein Urlaub, es war ein Auslandsabenteuer. Aber hat es Spaß gemacht? Ich bin absolut K.O., aber ja. Das ist gut. Sagen wir es mal so, ich bin mit ein paar blauen Flecken zurückgekommen. Na gut, dass es passiert, eh? Aber es ist ja auch Action, ne? Mhm. Aha. Ich bin immer noch schlecht gelaunt, deswegen. Oh, zade. Nee, also, ich sollte den Rekruten, äh, als auswärtige Referendariat, wie in so einem Seminar, Gott, ich kann nicht sagen. Sollte ich dem beibringen, wie man sich richtig abseilt. Okay. Dann habe ich oben den Knoten gecheckt, habe gecheckt, ob das Seil oben in Ordnung ist, und habe mich dann halt abgeseilt, ne? Mhm. Und zwei, drei Meter vorm Boden löst sich dieser Scheißknoten da oben und ich falle runter. Ach, scheiße. Oh. Ja, auf den rechten Arm und dann waren da ein bisschen blaue Flecken. Oh. Ist aber schon wieder am Abheilen, das heißt... Aber nichts gebrochen oder so? Nee, ich hatte eine Matte unter mir. Ah ja, gut. Aber trotzdem. Ich weiß immer noch nicht, wer den Knoten da oben reingemacht hat und warum der sich trotz Überprüfung gelöst hat, aber ja. Hm. Ja, wieso habe ich jetzt... Angel? Angel? Oh nein, ich habe den Namen vergessen, weil ich habe meins vergessen. Ich wollte gerade sagen. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich war kurz verwirrt. Ja, ja, ja. Ach, scheiße, sorry. Ich habe das von gestern nicht vergessen. Es ist okay, es ist okay. So, jetzt. Ja. Ich weiß, dass mein Name toll ist, aber du musst ihn nämlich klauen, ne? Okay. Aber dein Name ist auch toll. Ah, danke schön. Ja, natürlich. Er hat einer mitgekriegt, wo er entzielen fährt? Äh, no. Nö. Ich habe nur Rupe gehört. Okay. Ey, die kannst du sie mal einmal anrufen und fragen? Mach ich. Danke. Kommt sofort wieder. Habt ihr auch, äh, alkoholfreie Cocktails? Ja, natürlich. Uh, was habt ihr denn? Mhm. Wir haben, wir haben den Tropical Siesta, das ist so eine Bärchenmissung aus, äh, Johannesbärchen, äh, Blueberry und Timberi. Dann haben wir ein, äh, Frutti Loop, das ist Kierse-Banane. Mhm. Und den Siestas-Kies, das ist, äh, ein alkoholfreier Pina Colada, also Sprees, ähm, Kokosnuss, äh, Kokosnussmilch und Ananas. Mhm, okay. Mhm. Und die kosten wahrscheinlich alle drei dasselbe, würde ich sagen. Die kosten alle drei dasselbe und zwar 13 Dollares. Okay. Ja, gut. Schaut. Mhm. Mhm. Ja, vor allem der, vor allem der Kies, der sieht halt original aus wie ein Pina Colada, das heißt, äh, es merkt noch nicht mal jemand. Ach, ich meine, ich trinke ja auch jetzt keinen alkoholfreien Cocktail, um von einem anderen cool zu hören. Ja, aber es gibt so Menschen, die sagen, oh, pass auf, ich, äh, mache hier Party, ich trinke mit euch einen und wollen in Wirklichkeit gar keinen Alkohol und dann nehmen die gerne so Fake. Ach so, okay. Ja, natürlich. Ja, aber ich probiere mich halt auch gerne einfach mal durch so. Also, ich lieb, ich lieb den Frutti Loop, der ist so toll. Ich bin ja letztens auf so einen Pina Colada-Trip. Ah, okay. Ja, gerne, lass mich's wissen. Mhm. Aber Kirsche Banane könnte ich drin baden, ey, das ist so lecker. Kirsche Banane ist, ja, ist auch eine gute Idee. Ja, ich liebe das. Ja, ich war eben eine kleine Spritze beim Auto machen, das ist der Wahnsinn. Wo bist du hingefahren? Ich bin einmal Richtung Palito gefahren, hab dann mal eine Runde gedreht, hab mir jetzt ein bisschen viel angeschaut. Cool. Ja, also ich bin froh, dass es ein Cabriol ist. Ja, natürlich, es ist so cool. Ich hab mich ziemlich cool vor, muss ich sagen. Aber hast du, hast du ein, ein Dach, wenn mal regnet oder so, kannst du da ein Dach irgendwie ausfahren? Ja, es ist gerade oben. Ach, es ist aber gar nicht drauf geachtet. Mhm. Ah, cool. Ja. Ja, mega. Ich gewöhne es mir am besten direkt an, wenn ich parke, Dach hochzumachen. Ja, natürlich, sonst hupft einer rein. Genau. Ja, richtig. Ja, cool. Das heißt ein Easy, hast du gesagt? Ja. Muss ich mal den Auto-App gucken. Aber das sehen keine, aber das sehen ja gar keine Preisen. Äh, nee, leider nicht. Also, die Dame, die mir den verkauft hat, meinte, sie hat ihn vor fast zwei Jahren für 12.000 Dollar neu gekauft. Och, das geht. Mhm. Hab ich auch gedacht, das ist ja echt, äh... Also, in dem Auto sehe ich mich auch irgendwie. Der ist schon sehr süß. Also, der fährt sich auch richtig gut, muss ich sagen, auch in dem Kohl. Also, er wird jetzt nicht besonders schnell. Also, ich glaube, eben maximal bin ich so um die 87, 88 Meilen pro Stunde, glaube ich, gefahren. Okay. Und weil wir wieder, der lässt sich echt schön fahren. Also, besser als die Fahrschulautos. Ja, ich fand den Fahrschulauto jetzt auch nicht so unangenehm. Das ging ganz gut. Aber der Motorrad war mir voll unangenehm. Ja, vom Motorrad habe ich auch ein bisschen Respekt. Ja, ich, ich hab denen auch gesagt, ey, ich muss ja dieses Motorradenschein machen, weil es steht ja im Gesetz, das man braucht für einen Roller. Und dann muss ich so ein... Das kommt gar nicht komisch. Und dann, äh, muss ich, äh, auf einmal so ein Spotmaschine fahren. Auf jeden Fall. Ja, okay. Das ist halt das Blöde, wenn... Ja, das ist voll den Riesengerät. Mhm. Es hat mir mal aufgeschrieben. Ja, halt, äh, ein Rollerführerschein wäre ja auch irgendwie jetzt noch ein bisschen unnötig. Ja, aber wenn die doch schon im Gesetz schreiben, du brauchst einen Fahrerschein, ja, okay. Aber dass man dann in der Fahrschule keinen Roller hat, das ist doof. Ja, das ist auch doof. Da könntest du ja wenigstens da entscheiden. Okay, ich mach jetzt lieber halt mit dem Roller, mach ich Fahrprüfungen. Ja. Dass du dich halt entscheiden kannst. Ich hatte voll Angst vor diesem Gerät. Ich bin doch im Leben noch nie in einem großen, fetten Motorrad gefahren. Na, ist auch noch nichts. Ja. Ich hab's halt auch nicht vor, Motorrad ist, glaube ich, einfach nicht so mein. Keiner von euch schon unten an die Beach-Bar stellen, vielleicht. Okay. Ja, perfekt. Zieh, ich bin runter. Freihandteilchen. Ah, du Engelst. Ja. 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 ja es auch das macht voll spaß hier zu sein mega cool aber hier unten gibt es kein essen hier gibt es wirklich nur drinks ja also ich meine ich kann vielleicht eine bestellung aufnehmen und irgendwie nach oben nach angel texten ich meine so ich meine so prinzipiell wenn jetzt hier eine warteschlange von 50 leuten steht und einer davon will essen dann würde ich vielleicht zu entschuldig texten oder warte mal haben die wie gesagt ja bin hier sehr viele kühlschränke alles alles nur getränken und wenn habt ihr als dj ich weiß gar nicht das können sie nicht man sie wer ist denn dj wer ist gar nicht die hat beim lst auch aufgelegt habe ich mir die grau sein ich kenne die auch ach so okay ich habe ja auch gesagt am anfang chilliger und später party cool ich habe ein bikini für dich den krieg angel jetzt auch dass sie wäre dass ihr den einheitlichen anhat ok natürlich dann gehe ich mir an den action umziehen einig ja rechtlich wünsche meiner wacht ja 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 wie geht neues braucht ihr etwas ja natürlich ja ein aus ganz viele bärchen oder ein kirche banane oder eine pina colada ok gerne ein kies ein frutti loop ist ein problem die hatten sie erst bestellt und wollte noch ein getränk dazu das war schon zu gut ich habe mir den extra ausgeliehen weil es hieß ich brauche ein bikini top und jetzt habe ich ja doch eins bekommen ja alles gut ja das ist ja schon was das ist ja schon was besonderes wenn man den mal tragen darf ja richtig ist ja richtig ist aber ich habe hochqualitative silikon aus los angeles muss ja aber nancy ich habe doch auch erst seit ein paar jahren brüste jetzt aus mich doch ich glaube das sieht dem polizier auch nicht so gerne ich verstehe alles gut wir wollen ja wir sind ja nicht unikorn hier ich verstecke meinen bikini hier unter der bar ja also den den ich mitgebracht habe ja ich kann doch jetzt schlecht zum spint laufen oder möchtest du das in meinen spint legen alles gut okay ja ja okay ich kann auch gerne ein zettelchen schreiben ich habe ja auch mein essen in den kühlschränken versteckt wie gesagt du kannst auch von dem mitarbeiter ja es weiß das wusste ich nicht weil das nicht im rdp stand vielleicht stelle ich auch zu wenig vielleicht stelle ich auch einfach zu wenig fragen ja das weiß ich doch gut dann lasse ich euch mal weiter quatschen und um die genießen ja genau wenn irgendwas ist dann bescheid natürlich ich habe meine beförderung jetzt eigentlich darüber über die behandlungskosten vom lsm die ich weiß nicht ob es so richtig ist du bist doch in der apotheke ich weiß es nicht du bist doch nicht den buchhalterin das klingt etwas suspekt ja ja warum warum muss ich denn vielleicht haben sie dich ja bis ins management befördert aus versehen ja richtig wissen wie viel es kostet um flugtauglichkeit test zu machen das ist überhaupt gibt es wahnsinn ja wenn du pilotenschein machen möchtest ich kenne tatsächlich jemanden der möchte pilotenschein machen dann muss der zum arzt und ich sehe auch die preise für eine laser tattoo entfernung besser nicht besoffen hinter der studio gehen ja schmerzhaft auch und teuer ich muss kurz dem paradies leuten was bringen ich komme wieder gerade nicht danke ich bin bedient auch danke so ich stelle die euch hier hinter müsst ihr gar nicht erst aus den hier sieht es gerade so bequem oder das wird schon ja das wird schon im sand irgendwie stabil sein wer hatte denn den frutti loop ihr müsst mich noch mal erinnern das war ein senior richtig das ist kirchbananen ja nicht dritten und gucken das nicht wegschwimmt so bitte so lassen wir kennen dankeschön dankeschön hola bekommt ihr sohn okay hallo ich bin dass die nahe ich grüße neues ja gerne habt ihr beides dann ein rito ok noch etwas zu essen okay dann geht es schneller ich habe nämlich nur dringend okay ja perfekt ist mit da so ist auch noch mal ab hat die nancy gut ausgesucht es hat mir ja danke es hat mir extra ein bikini ausgeliehen weil ich meinen fand ich dann doch schon ziemlich hässlich den ich habe aber ja ich habe halt auch vorher nicht mit nancy drüber gesprochen dann hätte sie wahrscheinlich gesagt hier ich habe was ja ja die ja ich weiß nicht vielleicht muss ich wirklich mehr fragen stellen ich versuche ja immer die cheffe nicht zu nerven ich gehe auch ich versuche ja ich versuche ja auch dass ich sie in ruhe lasse so nach dem motto wenn sie was will dann wird sie sich bei mir melden ich will jetzt nicht diejenige sein die irgendwie jeden scheiß fragt nur weil ich neu bin ich versuche das irgendwie hinzukriegen und zu lernen naja also ich sag mal so als diese paradies aktion war da habe ich schon das hat mir schon ein bisschen leid getan dass ich hinterher nicht mehr aufgeräumt habe mit dem vortrag da musste ich danach zum theorieunterricht und diese da war diese omega-event warteschlange also der der senior daniels hat quasi die hotline von saison angerufen und hat gesagt hier pass auf wir haben ja omega ticket verkauf und ich habe ja die warteschlange stehen und die leute haben essen haben halt hunger und durst und die die wollen hat natürlich nicht aus der schlange raus weil dann verlieren die ja ihren platz und dementsprechend hätte er gerne selbst so ein essen da und dann habe ich gesagt ja sehr gerne aber ich habe keinen fuhrerschein und ich darf unseren fuhrtruck nicht fahren man ist er mit seinem orange karre vorbeigekommen ich habe die voll gemacht und dann habe ich da die warteschlange bedient und am ende ihm die ganze ladung verkauft weil ich keine lust hatte das alles mit dem fahrrad wieder zurückzuschleppen ja richtig aber er hat die ganze ladung auch gekauft ja ich war überrascht wie schnell der ja gesagt hat er sagte rechne mal zusammen ich habe zusammen gerechnet es waren 1000 dollar und der so ja alles klar also ich würde ja gut der ist unternehmer aber ich würde nicht mal eben 1000 dollar aus dem einmal schütteln ja was weiß ich was die damit anstellen die werden das schon noch irgendwelche leute mit verfüttern oder vielleicht geben die das auch bei dem omega event den leuten keine ahnung das ist ja jetzt ihr kram das ist ja jetzt also es gehört ihnen ja jetzt sie können ja machen was sie wollen eben jetzt war schon eine umstellung die safe sind es war mein allererster job in meinem ganzen leben deswegen war es ganz schön neu für mich so alle ja es habe tatsächlich schon ein bisschen jobs gemacht aber gastro habe ich auch null erfahrung gehabt in der heimat habe ich eigentlich so schnell es ging die flucht ergriffen und ich habe ihnen ja also meine familie und meine meine freunde hinterher haben mich schon verstanden meine familie ist etwas schwer gefallen als ich sagte leute ich möchte eigentlich ein mädchen sein so ja aber das war dann doch doof also mexiko ist ja schon sehr katholisch und dann bin ich entsprechend nach amerika gegangen und ich hatte halt äh ja ich sag mal so ich hatte zwar ein arbeitsvisum aber ich habe ja trotzdem nichts gelernt so und deswegen habe ich so äh gärtnern gemacht und auf baustellen gearbeitet so das was normalerweise auch immer die illegalen immigranten machen okay ja richtig aber es war in dem moment halt keine illegale so aber ähm ja gelernt habe ich auch nichts und dann hatte ich hinterher eine business idee und ich hatte so ein internet start-up gegründet aber da habe ich den gesetzten führung aufgegeben äh ich bin ja dann hierhin gegangen und ähm ja die rufen aber bis heute an und wollen immer noch von mir consulting das ist echt anstrengend deswegen ja also die überweisen natürlich auch noch geld auf mein konto in kalifornien so ist nicht aber die im prinzip wollen die schon noch acht stunden jeden tag meine aufmerksamkeit obwohl ich gar nicht mehr steffin bin okay aber du machst halt noch so nebenbei dann ja ich mach halt ich berate die halt so noch ja ja richtig deswegen ja habe ich eigentlich auch immer so ein bisschen ferngespräche oder video calls vormittags unter der woche ja ich weiß nicht vielleicht mache ich eines tages eine zweigstelle hier auf habe ich mir schon überlegt weil das wissen es war eigentlich ganz cool aber es ist ein non profit naja ich sag mal so wenn ich es hier öffnet darf ich darüber nicht reden sonst glaubt mir jemand meine idee aber es war ein non profit also das ist es geht nicht darum kohle zu machen es geht darum dass es denn der gesellschaft etwas bringt naja richtig ist es kommt sofort wieder ja einige worte so möchten sie die direkt trinken oder soll ich die ihnen stehen lassen das war der mojito für die senorita richtig okay und der sunrise für senior den sind 30 dollar ist ja das ist ja das ist das sind schmecken danke ja 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 es hat so ein bisschen so wie vor mich hin und her überlegt weil ich mich so jeden tag damit beschäftigen muss ob ich hier wieder ein zweigstellen aufmache aber dann bin ich halt auch den abend damit beschäftigt so das ist eigentlich ich liebe das können ja ich habe auch am anfang gedacht so weiß ich hab das so meinen kanal mein ding so wäre aber als ich das erste mal heute und da oben bei das herz und mittelstand habe ich gehört okay doch ja das das dachte ich mir das dachte ich mir auch als ich selbst entdeckt habe habe ich gedacht oh mein gott das ist perfekt für mich ja das dachte ich mir auch das ist doch der perfekte ort und ich habe ja auch in meinen bewerbungen reingeschrieben selbst wenn ihr mich nicht nimmt dann komisch als als kunde gerne das ist total okay ja ich glaube das sind eher den sudstaaten in den sudstaaten willst du nicht sein also ich war in illinois und kalifornien das ist auch okay die sind so relativ liberal aber das weiß ich nicht man sieht es dir ja nicht an also man man sieht es mir vielleicht eher an als dir das nicht aber ich meine wenn du bei mir genau hin nein aber ich meine wenn du bei mir genau hin guckst dann siehst du schon so knochen struktur von mann und so das ist also es ist gut operiert aber es ist halt nicht perfekt so und der adams apfel ist halt auch verkleinert aber der ist halt auch noch da so also man sieht es schon das geht ja sicher man kann den verkleinern ich habe den ganzen erbe von meinen oma ausgegeben die rotiert bis heute im grab ja natürlich die wäre so angepisst aber ist teuer so viele operationen ja natürlich und das lustige ist dadurch dass ich mein adams apfel noch habe kann ich ab und zu so kleine witzchen machen ja zum beispiel neulich was heißt neulich das ist schon ewig her neulich ihn wie heißt es lolitas bar da hatte sich die april ein bisschen darüber aufgeregt dass da so ein blub kam der so rumgenuschelt hat also er war nicht in der lage zu sagen ich hätte gerne ein bier er hat irgendwie gesagt und dann also er hat so extrem genuschelt und dann ich habe ich habe die so ein bisschen quatschen lassen mit so ein bisschen quatschen lassen und aus dem heiteren blauen himmel raus habe ich gesagt und die haben sich mal erschrocken die wussten gar nicht wo das herkommt ich habe gesagt das war ich ja ich habe halt ein voice range ich kann halt ganz tief und ja also ich kann ja natürlich das kommt total unerwartet die sich so was war das was war das deswegen ist es ich habe doch manchmal spaß gehen mit dafür komme ich nicht so hoch also also apple kommt definitiv höher ja natürlich das also dann würden die leute ja auch denken ich würde mich über sie lustig machen oder so also ich rede schon also ich habe stimmtraining gemacht dass ich ein bisschen einen femininen weib in die stimme bekomme aber man hört es schon raus dass es ein männerstimme ist also sie ist schon relativ hoch von natur aus aber man hört es schon raus deswegen man muss auch so ein bisschen oben ja cool so ist das aber ich mache das ganz selten aber den leuten sind immer total überrascht ich mache das eher um ein witz zu machen so also man gewöhnt sich ja auch an sein stimmtraining so also es geht halt auch ein bisschen in fleisch und blut über ich rede halt den ganzen tag so wie ich rede ja richtig kauft man mir die frau ab sagst du auf jeden fall sehr schön sehr sehr schön so soll es sein weil so identifiziere ich mich nun mal also würdest du auch als pronomen sie höre ja natürlich das müsste ich leute eigentlich viel öfters fragen ach es ist okay ich nehme das nicht so so krumm neulich am taxi ich habe ein taxi gerufen und er meinte ich komme sofort zu ja okay mein gut hat er ja hat er halt nicht verstanden ist okay also ich bin da nicht beleidigt okay ja ist okay ne ich hab halt mal ne freundin gehabt äh ja ne freundin die hatte die pronomen she und day so interessante mischung oh ich glaub's ja warte mal ich glaub da hat jemand lust du hast kundschef hola habt ihr noch habt ihr noch ein durstet bekommen oder ein hüngerschen wir wollten einfach nur hier hinstellen wir wollten hier oben präsent sein machen ach so ähm ja wollt ihr vielleicht die andere seite nutzen dann muss ich nicht hin und her laufen klar wir kommen rum okay das jetzt an ach ja ich finde neopronom sowieso sehr interessant seh kann ich ja muss ich aber jetzt nicht oder also es wäre unhöflich wenn ich euch dem rücken zudrehe weil ich mit ihr quatschen will und dann drücke ich eher den rücken zu weil ich mit euch quatschen will das geht nicht das geht so nicht ja aber das ist ein spannende mischung in ja ja das war auch jetzt habe dann auch erst mal nachgefragt was jetzt bevorzugt wird und so aber sie fand das immer sehr entspannt ja ich sehe das ja auch locker ja also es gibt nicht viele leute die mich als er ansprechen wirklich nicht viele die meisten haben wirklich so eine wie sagt man intuitiven respekt vor meinem erscheinungsbild die sehen eine frau sie sehen die denken das ist eine frau und dann ist okay und so soll es ja auch sein ich komme jetzt mal auf sein pinacolada ohne alkohol ja natürlich sehr gerne ein siesta gießt ja natürlich dann dauer ich wieder ab wir haben hier unten tatsächlich leider nur dringend also wenn ihr was zu essen wollt dann muss ich das nach oben weitergeben falls ihr nicht so weit laufen möchtet alles gut gerade okay ich gehe gleich mal hoch ja okay wollen wir die geburtstagsparty einfach mal fragen ob die nicht das gefahren wollen ja das wäre doch ein coole idee oder ich habe gerade hinter uns schon angesprochen okay wir sitzen da hinten wenn das mehr als vier sind ist doch also müssen wir noch nicht geholt das sind vier oder 1 2 3 4 4 4 ich gehe auch fragen ich gehe auch fragen da sind wir alleine gehen mal gucken okay jetzt ist ja natürlich mit in unser gespräch geburt schon war vielleicht etwas erschockiert aber das ist okay das erste kies kostet 13 aber ich muss ihn noch eben zusammenmischen der cocktail kostet 13 aber ich mich noch du musst nicht sofort bezahlen die wir gestern ja bewusstlos bei transit gefunden haben bei transit lass dich drüber reden echt nicht die abend war crazy wer wurde bewusstlos wo gefunden ist da wieder was vorgefahren bei transit ne 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 keine ahnung hierbei da haben vorher andereEROLED wenn ihr irgendwann nochmal aufs meer raus kommt zubleiben ants喔 nach hause laufen das ist das video ich bin heute schon hinterher getaucht warum tauchst du ja du kannst schwimmen ich ausrüstel an hatte du ja aber das ist für mich ja richtig ist ja grazias dafür ja lass uns schmecken ja der ist super cool aber ich bin eher so frutti loop ich könnte in die putti loop könnte ich baden ja ich liebe es ja kirche banane ist ja kann man drüber streiten also ich mag eigentlich alles aber wenn man mir ein pistola an den kopf fällt und sagt jetzt entscheidet ich dann sage ich frutti loop ja natürlich das ist ja auch nur ein sprichwort das macht das macht man ja nicht wirklich so das ist ein sprichwort wenn man aber ich glaube nicht dass wenn jemand ein pistola mir an den kopf fällt dann will er eher mein geld und nicht mein geschmack wissen ja ich sehe ihn so hast du einen durst mitgebracht junge frau ich ja natürlich ja natürlich gerne die frutti loop ja wir sind die partei frutti loop und die mädels sind die partei ist jetzt aber wenn ich ein christian haben kann dann nehme ich definitiv das kassieren ja ok wie ist es denn bisher auch gut es macht spaß natürlich ich kann mir gerade auch keinen entspannteren job vorstellen ich verraten ich habe euch heute ist das bitte ich habe euch vorhin unten am strand sitzen sehen dafür würde ich auch keine bezahlen jetzt haben wir jetzt ist soweit ja es ist soweit jetzt auch mein gott der macht schon nix natürlich macht er natürlich macht er nix ok du kennst ihn länger als ich so den jungen dame in den hübschen orangen t-shirt bitteschön für paradies habe ich gehört gar nix und dann haben wir auch nicht haben wir auch nicht haben wir auch nicht haben wir auch nicht was denn oder so ein gesache du heikers das ist echt keine ahnung warum aber ich mache mein mitte ja genau alle gegen mich wieder das ist leider unter sei was gerade so ja eigentlich ist doch gerade der hat im kopf aber sowas kommt ja armes zuchto die karte kann ich immer spielen aber ihr konntet mal besser ja dann krieg ich jetzt 50 cent oder was ja wow danke nein nur noch 95 lohnkürzung und 5% wer sagt 5% ich du bist ja zum glück die teamleitung da krass krass naja ist jemand von euch einen tauchlehrerjob interessiert ja ich habe ich lange gemacht ersatz haben wir schon also hannaco du bildest dich doch ab richtig nein ab richtig nein 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 ich weiß nicht ob ich überhaupt tauchen kann ja 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 aber wenn ich doch selber kaum tauche wieso soll ich doch lehrerin sein weil es das beste ist was machen kann horizont erweitern ja ich glaube auch es gibt nichts schöner zu uns tauchen ich kann mir vorstellen dass unter wasser total cool ist aber ich weiß nicht ob ich das kann deshalb kannst du jetzt zu unserem project wie kommen und ein schlubbertauchen machen ein was kann ich machen ein schlubbertauchen achso cool was kostet das nichts oh cool ja hier tauchverein den hunter und ich übrigens gekündigt haben ah das war richtig gut oder das ja wir müssen uns sowieso damit zusammen sehr gut oh gott das klingt dass ich gekündigt werde nein meine königum heute ich würde es gerne langsam anlaufen lassen mit regelmäßigen treffen und so äh ich hab's wieder heute neues gezieht ne ja ok aber wie gesagt ja ja machen wir nicht ablenken ja machen wir zusammen würde ich sagen ja ja wenn Tommy sah auf seinen Krallen damit mal loslassen du hast doch grad Gefühl nicht mehr oder weniger einfach Z게요 Peugeh von der 있기ating kann dich nicht bezahlen Ich brauche einen neuen Shop mit paradise alles klar du bist hier mit Praktikanten wärst du so lieb beim ähh agiles am Stadtpark für mich ein paarciaspellini Burger zu kaufen wow ja dein coolen Job gefunden aber wie ist wie ist diesen verein jetzt ich habe ich habe nicht verstanden push r queen ach project project green ok die story ist eigentlich ja noch viel länger kennst du die ganze story ich weiß gar nicht wie weit ich weiß dass alle jahre nachts leuchtet und grün ist es war wieder der falsche aber ich gehe ich finde das auch eigentlich hässlich als saueranzug aber das thema wieder haben so keine ahnung ich finde mein show auch schöner siehst du ich arbeite auch nicht ich habe einen schwarzen mit blauen blumen ich habe einen coolen ich habe noch einen schwarzen hier unten hier ist so schwarz wie meine seele so so spaß kann ja gleich sein auch es ist gut hey braucht ihr noch was Oh Gott, nicht, danke. Okay. Na, so. Bis später. Bis dann. Ciao. Ich bin da schon mal ein bisschen rumgedacht, wir haben Werbung für uns gemacht, ne? Ja, haben wir auch schon. Aber irgendwie... Ja, hat's mir erzählt. Ja, bei der Gruppe waren wir auch. Aber sind drei immer diese. Ich habe aber gesagt, wir können ja auch gerne mit einem Boot rumfahren, wenn sie das lieber mögen. Die eine meinte dann, ich weiß nicht, ob das gut ist für meinen Kopf. Und dann bin ich weggegangen und dann haben sie gesagt, es sei denn, die möchte das gerne. Ja, aber alle fahren können wir schlecht. Wieso? Wir können da zu vier drauf. Und wenn das vier sind, können wir die nicht rumfahren. Ja, dann haben wir halt ein zweites Boot. Ja. Wir könnten das eigentlich am Hafen mal holen, der Schwarze. Also ich finde das voll... Also ich finde das cool... Ich finde das cool zum Geburtstag, wenn man mir anbieten würde, ein Boot so zu machen. Ich würde mich voll freuen. Das ist eine gute Idee von euch. Absolut. Wo sollen wir die dann hinfahren? Einfach ein bisschen durch die Gegend, wo sie hin möchten. Zum Beispiel zur Liebesgrotter am anderen Ende der Insel mit dem Herdchen oder hinten zu diesen Inseln oder am Pia entlang. Und am Pia Eis essen gehen. Zum Beispiel. Oder die Kanäle-Natur machen, die geht natürlich auch. Hi. Ich sehe gerade, du suchst Kartoffeln. Die sind drinnen im Lager. Die habe ich da gestern anscheinend fälschlicherweise reingeräumt. Ah, okay. Hast du das Bild gesehen von unserer Lacht-Omega? Ah, okay. Okay, okay. Weiß ich bestimmt. Nee. Guck mal, kannst du oben auf dem Banner. Da ist Top drauf. Guck mal. Da ist Top drauf. Da ist Top drauf. Da ist Top drauf. Da ist Top-Tunnel. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, wie cool. Ja, das ist Top-Tunnel. Ja. Bist du das? Ich weiß, ja doch. Das ist ja der Rote. Der ist der Rote. Der ist der Rote. Dann kommt Brot, dann kommt Brot, dann kommt Blau. Ja. Alamonia. Ich kriege immer Flashbacks, ne? So richtig schöner. Das ist doch von außen, sah schon cool aus, ey. Ja. Ich habe es aber nie verstanden, welches Tor jetzt welches war, ne? Ich habe da irgendwas. Warum? Ja, Nord, Süd, Ost. Ja, in die Richtung. Ja. Nicht ohne Seife waschen. Ja. Oh mein Gott, Tom, wusstest du, dass ein Lied mit Tom Steiner heißt? Das was heißt? Tom Steiner. Ja. Wie geht das? Ich kenne das nicht. Kannst du mir das vorsomen? Gerade nicht. Ich kenne es auf jeden Fall. Ich muss es selber noch mal reinhören. Aber ich habe den Namen auf jeden Fall schon gehört. Ich kenne mich gerade in Ohrwurmdorf und ich wusste nicht, dass es das gibt. Okay, Sam schreibt, du, 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 du. Das kenne ich und ich froh. Deswegen, der kann. Äh, ist das nicht. Doch, das weiß ich auch ganz ehrlich. Nein, nein. Okay, wie geht's? Ähm. Also. Klingt an meinem Lieblingslied. Wow. Ah. Ah. Was? Da hat er fast richtig geschrieben. Richtig, hat er fast richtig geschrieben, ne? Du, 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 du. Ja, er hat er nicht geschrieben. Du, 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 du. Richtig. Ah. Ah. Noch jemand was trinken? Nee. Nee, nee, danke. Okay. Dann stehe ich weiter dekorativ rum. Das kannste nicht. Ich sollte vielleicht mal nach den Broten gucken. Richtig, danke. Ja, hab ich festgemacht, die halten. Lächeln und winken, ne? Wisse, die halten. Absolut. Alternativ genug lächeln und tanzen immer ganz gut. Hm, nee, ich möchte winken. Ich hab einen speziell festen Knoten gemacht, die halten. Ja, ich seh's. Kannst du mir den bitte beibringen? Also, äh. Hast du die Tom'schitz-Wickstrafe gemacht? Nee, ich hab nur die Lasche durchgezogen und so. Ach so. Die Lasche durch das Loch oder was? Die Lasche durch den Nippel. Richtig. Ich dachte, die Nippel durch die Lasche. Richtig. Das fällt, wie man sieht. Ja, ich... Hm. Komm, Sippel. Hält, was er verspricht. Oh Gott. Wenn du den nicht die Lasche ziehst. Aber dann fassen wir es. Nee, dann wird er besonders fest. Fertig. Na, 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 na. Ähm. Ich glaube, dafür braucht man Alkohol, oder? Nö, muss nicht unbedingt. Nee, ich trinke gar nichts. Ah, na, na, na. Klar, die Samstag ist ja wieder verkauft, ne? Ja, habe ich von gelesen und gehört. Hm. Nächster, was passiert? Was denn? Ich hab den Foodwalk für Samstag vermietet. Ihr sagt aber auch an wen oder an was? An wen? An Sambi. Wofür? Ja, das ist sinnvoller. Ich bin Party, ich weiß nicht genau, wie für die war. Äh, Geburtstagsparty von jemandem. Ich hab nicht dran gedacht, dass das das Ding ist. Ich hab gedacht, ich pack die ganzen Sachen in den Burrito, da in den Speedo bei uns rein. Ja, aber der Burrito muss halt mehr gemacht werden, also der Speedo. Ja, da sind die Klamotten, die packen ich im Schrank oder so. Mal gucken. Irgendwo rein. Und dann freust du dich irgendwann, dass du die wieder gefunden hast. Also, wir können ja auch erstmal sonst irgendwie Gastros anfragen, ob die dann vielleicht den Foodtruck zur Verfügung stellen wollen. Hab da auch nicht dran gedacht, wenn ich ehrlich finde, dass Samstag ist. Und dass wir den Foodtruck stehen hatten. Ja, es ist halt jetzt, wie es ist, verdienen wir ja auch Geld dran. Es ist gar nicht mal so schlecht. Wir können, wie gesagt, alternativ einfach Gastros anrufen und das mit den... Ich weiß nicht, ob jemand mit irgendeinem zusammen ist, ob die Persönlichkeitssinnung ist. So ein Freund oder eine Freundin hat. Schau, schau auf, wer hat das hat. Schau auf, wer hat das hat. Ja. Ja, das suche ich ja, der kriege ich ja auch, aber ist halt in dieser Service-Situation. Ich will mir halt mein Trinkgeld helfen. Das kriege ich nix. Ja gut, das ist ne ganz andere Situation, wenn ich hier hinterm Tresen stehe, bin ich Single. Ja gut, das bin ich auch nicht, aber... Nee, das tut mir nicht wahr, bitte. Kommt ja weg. Boah. Ich muss auch... Scheiße, jetzt wird's richtig unangenehm. Familienausflug! Boah, eigentlich muss ich jetzt warten, ne? Das kann ich nicht unterstützen, aber ich muss. Was ist grad passiert? Ich check das... Ich hab keine Ahnung. Ich wollt mir nur meinen Blaubeersaft rausholen, den ich hier versteckt hab. Oha. Ja. Ich hatte vergessen, das ins Bind zu legen, den hab ich in den Kühlschrank versteckt. Und jetzt wollte ich's unten in der Beachbar verstecken. Ja, das vergisst du auch. Ja. Ich finde... Sonst vergesse ich das. Weil, also an sich ist das schön, aber das passt gar nicht dazu. Ja. Wahrscheinlich ist das das einzige, wo Nancy doppelt hatte. Sie wollte ja, dass wir das selber anhaben. Ja, sie hatte das Doppelte mit jemand anderem, so, ne? Also sie hätte sonst auch gucken können, ob man... Ob einer von ihnen das Zebra doppelt hat, oder das Neon doppelt. Ja. Also, dass einer von denen nochmal das Neon oder das Zebra... Alles gut. Also ich sag mal so, ich hab ja auch nicht die Nancy gefragt, ich hab ja Beginia gefragt. Ich hätte ja vielleicht auch einfach sie fragen können. Vielleicht hatten die ja von vornherein die Idee, dass wir auch eine Bikini-Uniform haben. Ne, tatsächlich nicht. Also, ich meinte eben zu Nancy, vielleicht muss ich auch einfach mal mehr Fragen stellen. Ich tendiere immer dazu, dass ich Chefe nicht nerven möchte, so, ne? Aber, ganz ehrlich, wir könnten uns mal, wenn Bethes wieder auf hat, zusammen ein Bikini-Oberteil shoppen. Ja, natürlich. Und, äh, was vielleicht auch Nancy gefallen könnte, was auch zu den Armbändern passt, dann können wir ja auch mal fragen, ob wir die mal kurz mitnehmen dürfen. Ja, klar. Ja. Und dann, äh, gucken wir, ob wir uns ein schönes Bikini-Oberteil, äh, raussuchen können. Und dann können wir ja auch sagen, hier, Nancy, guck mal, so, so sieht das aus. Oder sie jetzt sogar direkt mitnehmen, wenn sie kurz Zeit hat. Ja. Und dann könnte man da auch fragen, wenn wir jetzt, keine Ahnung, wie viele Frauen sind hier fünf? Ich weiß jetzt auch nicht, wie oft das passiert, dass wir diese Beach-Event machen, also, keine Ahnung. Aber, äh, das ist eine gute Idee, kannst du gerne fragen. Ich muss wieder runter. Ja, ja, mach ruhig. Wenn du, wenn du, wenn du einsam bist, ruf mich an, ich hab ein Headset. Ich hab ein Headset. Ja, sade. Das ist total cool, kannst du, kannst du freihändig, also, du bist ja dann freihändig, du kannst weiterarbeiten. Ja. Ich glaub, du willst mir das irgendwann mal. Ja, 75 Dollar. Ja. Es sei denn, es sei denn, es sei denn, es sei denn, das 200-Dollar-Teil gefällt dir halt so viel besser. Ich mein, bei deiner Frisur sieht man das halt. Bei meiner Frisur sieht man gar nicht den Unterschied, ob ich ein billiges oder ein teures hab. Deswegen. Ja, richtig. Ja, ne, irgendwie haben meine Haare trotzdem so verdeckt. Aber ich glaub, es war nur das... Ach so. Ich glaub, ich hab nur das billigere angeschaut, aber irgendwie haben es meine Haare trotzdem verdeckt. Ich, ich hab's nicht wirklich sehen können. Ja. Ich hab's jetzt auch, ich hab's jetzt gerade auch zu Hause vergessen, fällt mir auf. Oder warte mal, ich hatte ein Portemonnaie gesteckt. Ja, ich hab ins Portemonnaie gesteckt. Haha. Tada. Sieht man gar nichts. Also ich find das cool, dass man das nicht sieht. Also man sieht es so und wenn man sehr genau die, äh, den richtigen Blickwinkel hat, dann sieht man ein bisschen rot an meinem rechten Ohr. Ja, ich seh's. Mhm. Aber den meisten Leuten wird das gar nicht auffallen. Nee. Ich find das ganz cool, dass es so versteckt ist. Haha. Ja, stimmt. Ja, dann wird es mir wenigstens nicht geklaut. Bei so einem Oberfall oder so. Dann sehen die das gar nicht. Nee. Nee. Das ist mir nicht. Aha. Okay, ich geh wieder. Ja. Kannst du nicht irgendwas davon absagen? Ja. Mal gucken, ob das... Ja. 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 Mal gucken, ob das... Ja. 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 Ich hab hier oben und keine Ahnung, irgendwie Ämselkasten. Mhm. Und Schraubkurs. So, was habt ihr denn leckeres zu essen hier? Wir haben, das kommt darauf an, äh, einen großen oder einen kleinen, ich kann dir alles erzählen. Wir haben gefühlten Champignons mit Feta, also mit Feta gefühlt, so rum sagt man das auf Englisch, eine mit Käse überbackene Aubergine, eine Steakplatte mit Bommes oder Veggies, ein Rinderfilet in Rotweinsaußen, ein Caesars Wrap mit Tomate, Salat, Parmesano, Seascape im Glas und Creme Brulee. Also die ersten beiden waren Forstbaisen, die in der Mitte waren Hauptspaisen und das heißt, die beiden waren Desserts. Oder will ich so eine Steakplatte nehmen? Ja, sehr gerne. Veggies. Genau. Noch jemand etwas essen, dann kann ich das oben den... Achso, ja stimmt, ich muss ja hochgehen, ich kann auch selber hochgehen. Nö, ich kann ihr auch bescheid, ich kann ihr Texten, das ist gar nicht... Da hab ich gar nicht dran gedacht, dass du mir gesagt hast. Na, alles gut, die freut sich, wenn... Ich glaub, da oben ist auch nichts los. Die freut sich, wenn ich ihr ein SMS schreibe. Oh ja, dann hätte ich voll gerne ein Aubergine-Schirmchen, bitte. Ein Aubergine, ja. Okay, noch was für dich, Enia? Äh, nee, erstmal nicht. Okay. Interessante? Tatsache. Hola! Hallo! Hallo! Ja. Das ist ein Ja, weil, nee, weiß ich nicht. Nee, weiß ich nicht, das ist es. Was? Was für eine Musikrichtung das so ist. Achso. Ich trage mich tatsächlich bis jetzt nicht dazu, äh, zu hören. Schon, aber ich kann jetzt, also... Chill-Out-Musik so ein bisschen, ich weiß es nicht. Okay. Ich weiß nicht, welche Richtung... Okay, Chill-Out-Beat... Hi, kannst du für Paradies ein... Kannst du für Paradies ein Steakplatte mit Wedges und ein Aubergine vorbereiten? Ich hab... Ja, richtig. Ich hab hier unten nur Getränke. Ja, mache ich nicht. Und, äh... Ja, Paradies ist ja kostenlos. Ja, genau. Okay. Okay. Ciao! 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 Warum weißt du das? Weil wir das schon abgedacht haben und sie es geschrieben hat. Ja, die schreit zu jedem Lied. Was ist das Rebekelin? Ach, das Lied, ja, ich weiß schon. Ich hab wusste gerade, ja. Was ist das Rebekelin? Ich weiß es. Ah, das ist das Rebekelin. Das sind viele. Nee, das ist das Rebekelin. Ja, nee, das war bei jedem. Oh, das Lied, das Lied. Weißt du? Das stimmt. Das kannst du so auch nicht sagen. Aber bei dem hat sie es ganz häufig geschrieben, als sie in Leisand ganz häufig kam. Das hat sie bei anderen aber auch noch. Das stimmt. Und tattest du? Ja. Ach, ich liebe diesen roten Himmel. Oder lila? Ich würde es... Ja. Ja, es ist irgendwie so ein komischer Pink, ey? Ja, oder so. Ich bin ganz schlecht in Farben. Es ist ein... Für mich ist es irgendwie lila. Eigentlich gibt es auch noch zwei schöne Farben. Jetzt kommt es. Um einen natürlich orange. Natürlich. Und grün. Okay. Oh, da bin ich ja perfekt gekleidet. Check das Band, check das Armband. Siehst du? Oh, richtig ist. Da ist so gar nicht aufgefallen, den Armband. Das ist das Elemonia-Armband. Okay. Dafür bin ich zu frisch eingereist, um zu wissen, was das ist. Oh, wir haben vor kurzem ein Festival veranstaltet im März. Ach so. So, wer bekommt jetzt was? Sorry, die Musik ist... Ich bekomme... Ja, mach du. Hier bitte einmal die Aubergine-Türmchen. Einmal die Omobiles. Genau. So. Und ich die Steak-Satte. Und einmal die Steak-Satte. Und die Veggie. Okay, super. Danke, Angel. Gar nichts. Ihr seid Paradies immer noch. Wir kommen noch die Veggies. Paradies bezahlt heute nicht. Aber auch für Essen? Ja. Ach, abgefahren. Oh mein Gott, wie kalt. Du sollst euch vollfressen, vollsaufen. Ihr seid hier am Arbeiten. Also ich zähle dich einfach mal dazu. Ach, die mit meinen Veggies ab. Hat die Kollegin dein Veggies vergessen? Hast du jetzt... Ja, guck mal, da hast du sie doch. Ja, die hast du wieder mitgenommen einfach. Oh. Die sehen aber auch hammer aus. Ich kann das schon verstehen. Ja, ist lecker, ey. Hola. Grüßen dich. Kann ich dich... Was? Grüße dich. Grüßen dich auch. Ja, du kannst mich's klauen, wenn du möchtest. Nur ganz kurz. Ich kann... Wir können auch hier stehen bleiben. Dann muss ich's... Ja, ich hab sowieso Watte in den Ohren, was ihren Musik angeht. Alles gut. Ich hör sie jetzt auch grad nicht so ganz... Ähm... Wollte nur fragen. Wie sicher bist du in der Safe-Song? Also... Wie gefällt es dir? Wie passt's? Es gefällt mir gut. Sicher. Ich sag mal so, diese Paradies-Geschichte, die war wirklich sehr, sehr spontan. Und es tut mir bis heute... Ich hab ein schlechtes Gewissen, dass ich da nicht hinterher aufgeräumt habe. Und das ist schön, dass du da ein schlechtes Gewissen hast. Ja, die Nino hat erzählt. Ich mein, ich kenn dich ja. Du bist ja sehr ordnungsvernarrt. Und ich hab die... Ich hab den Dresen da nicht mehr aufgefuhlt, weil ich halt so Führerschein-Theorie musste. Ähm... Also das hat mir schon leid getan. Ähm... Ja, ansonsten... Also Kaffee und Säfchen kochen ging gut. Pasta und Waffeln kochen ging gut. Das mach ich morgen halt noch einmal. Ähm... Bestellungen annehmen hab ich jetzt für die Safe-Song nur von Prisma. Ähm... Aber hier bei Sally's hab ich das auch von Cypress oder so schon gemacht. Also... Okay. Das krieg ich, glaub ich, generell hin. Okay. Also bist du dir soweit sicher? In der ganzen... Ja, ich mach bis dem Fehler. Ich wusste das auch nicht mit der Leitstelle. Ähm... Das war... Das war... Das sind ja alles Fehler, die, ne... Die passen dir dann ein, waren wir lernen draus und... Ja, ganz genau. Ähm... Okay, perfekt. Da, da wusste ich, ähm... Also da hat... Also andersrum. Die... Ich hatte ja getextet, dass die jemand nehmen soll und das ist nicht passiert. Ja, richtig. Und dann haben die bei der Fahrschule gesagt, so, du hast jetzt Fahrprüfung, du machst bitte dein Handy komplett aus und dann hab ich Panik bekommen und hab, ja, ich hab Panik bekommen und hab Flugmodus angeschaltet und Hotline ausgeschaltet. Und der Hunter hat mir erklärt, dass, äh, dass, äh, Mofag, äh, den Unternehmen die Auflage gibt, dass die 24 Stunden besetzt sein muss. Ja. Das wusste ich nicht, das war so... Also nicht wirklich so, aber ja, es ist die muss halt 24 Stunden besetzt sein. Ja, man darf sie nicht komplett aufhängen, damit das, damit das Logbuch gefüttert wird. Richtig, richtig. Ist jetzt nicht so schlimm, wenn es mal passiert, ist kein Problem, ne, macht jeder keine Sorgen. Ja, aber das ist so, das sind so Sachen, ich stelle, glaube ich, auch zu wenig Fragen. Ich tendiere immer dazu, die Chefs nicht nerven zu wollen. Hm, alles gut. Und, ähm, deswegen so Sachen, das wusste ich auch nicht. Geh mir, geh mir auf den Zeiger, mach Nino auf. Ja, aber ich glaube, du hast genug zu tun, so. Nein, hab ich nicht. Ach so? Nee, hab ich nicht. Okay. Ihr seid da und ihr macht echt einen guten Job. Ja, also, ja, ich wollte halt nicht so mega nervig sein und irgendwie alles fragen, so. Also, ich, ich, ich hab halt versucht, es mir irgendwie anzueignen. Ich hab mich auch immer gefreut, wenn ihr es mir erklärt habt, so mit Kochen und so. Da habt ihr mir total viel geholfen. Natürlich. Ja. Okay, nochmal zurück zur Frage. Ich bin, ich, ich fühl mich wohl. Okay, fühlst dich wohl. Kommst auch mit einem zurecht. Und wenn, wenn, wenn... Ich hab bis heute Senior-Teil nicht kennengelernt. Du wolltest ja Feedback, aber ich... Krass, oder? Er war auch die Woche nicht da. Ja, richtig, der ist nicht zu seinen Schicht erziehen. Das ist das Feedback, was ich dir zeigen kann. Ja, sehr gut. Okay, alles gemacht, ich kenne Sorge. Aber ich hab keinen Eindruck von ihm, weil ich hab ihn bis heute noch nicht getroffen. Hm, richtig. Der macht sich gerade sehr mau. Ich muss überlegen, ob ich ihn vielleicht wirklich rausnehme. Ist genauso wie mit Wendy. Macht sich gerade sehr... Ja, klar, jetzt hat sie gerade ein Problem. Jetzt musst du sich erstmal sagen, du musst auf sich selber konzentrieren. Aber sie ist auch vorher schon nicht so oft arbeiten gekommen. Okay. Wo ich gesagt hab, dass ich es gerne hätte, wenn halt die Leute wenigstens zweimal die Woche da sind. Ja, also ich hab mir für mich vorgenommen, ich muss das jetzt halt ein bisschen mit Sallys abpassen. Ja. Ich hab mir für mich vorgenommen, ich liebe die Tea-Time. Aber ich kann die Tea-Time nur mittwochs und freitags machen. Und das würde ich schon eigentlich ganz gerne durchziehen auf jeden Fall. Und ansonsten tendiere ich auch zur Frühschicht. Einfach, damit ich ein bisschen Pause hab, zum Sallys. Ja, du fällst in Ordnung. Wie gesagt, zweimal wäre Hedge super. Ja, natürlich. Weil dann müssen nicht alle so viele Arbeiten kommen. Ja, nee, das ist okay. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass die Leute sich um die Schichten prügeln so. Da war irgendwie immer viel frei. Richtig. Aber ja. Also 16 Uhr schaffe ich tatsächlich dann nicht immer. Aber es macht mir auch so Spaß. Ich weise dann auch halt immer hin auf hier. Es gibt den Sonderangebot, weil dann denken die Leute, oh, das ist ein gutes Angebot, dann komme ich wieder. Genau. Gerne, gerne. Du kannst ja auch früher aufmachen, wie du möchtest. Ja, aber das habe ich, wie gesagt, nur mittwochs und freitags. Alles klar. Also ich würde bei der Frühschicht mich einpendeln, weil dann habe ich einfach, sonst arbeite ich durch. Weißt du, ich mache ja Consulting noch für meinen alten Firma aus Los Angeles. Die nerven mich auch den ganzen Tag und wollen was von mir. Ich habe nächste Woche Arschkarte. Ihr werdet mich wahrscheinlich nächste Woche gar nicht sehen. Also die gehen mir auf den Sack und wenn ich dann von 16 bis 23 Uhr einfach durchmache mit den Schichten, das geht nicht. Nee, alles gut. Deswegen tendiere ich zur frühen Schicht. Ja. Nee, mach wie du kannst, aber wir hören schon, wenn wir zweimal da sind. Ja, natürlich. Nee, okay. Nee, dann würde ich sagen, bist du aus dem Probezettel raus, dann passt das. Cool. Ich wollte jetzt auch nicht nerven. Ich hatte auch vergessen, ob es zwei oder drei Wochen sind. Warne zwei, drei Wochen. Nee, passt schon. Ja. Das ist jetzt anders gelöst. Also hättest du gesagt, noch eine Woche, dann wäre das auch okay gewesen. Ja, nee, deswegen muss ich bei Gwen tatsächlich nicht machen, dass sie halt noch eine Woche länger macht, weil sie halt zu selten da ist. Okay. Ja, okay. Ja, cool. Habt ihr auch so coole Ausweise? Nee. Ich war total überrascht. Ich kenne diesen Hightech-Kram gar nicht. Der Hunter gibt mir so einen Ausweis und dann erklärt er mir, ja, da sieht man dann das und das und das und damit kannst du das Auto öffnen. Und ich denke mir so, what the fuck? Man öffnet mit einem Schlüssel ein Auto. Was ist das für Hightech? Ja, ja. Hättest du mich aber auch nicht mit aus, alles gut. Ja, diese Schlüsselkarte kann irgendwie alles. Kann den Auto starten. Das ist sowas wie wir. Nicht die Schlüsselkarte, dieser Dienstausweis, der kann alles. Ja, die ist total Hightech. Guck mal. Da steht jetzt auch, dass ich im Dienst bin und wenn ich mich ausstemple, steht da, dass ich außer Dienst bin. Und wenn der mir geklaut wird, dann steht da auch ungültig. Ja. Das ist total cool. Mega cool. Ja, richtig. Okay. Okay, dann mach weiter. Natürlich, gerne. Genau. Dann mache ich jetzt noch ein paar Sachen und dann ist gut. Okay. Ja, dir auch. Möchtest du noch was zum Trückel mitnehmen? Äh, ja, bitte. Äh, nein. Achso, sorry. Die erste Kiss. Natürlich. Danke. Ich habe die Position gewechselt. Ja. Okay. Ich habe die Position gewechselt. 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 Vielen Dank. 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 Nice. Wir haben den Job sicher bei der Safe Zone. Aber ich habe es auch respektiert, dass sie sagt, deine Probezeit geht, bis ich sage, deine Probezeit ist zu Ende. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, jetzt gehe ich erst mal eine Rauchen und freue mich, dass das Diener beide Jobs hat. Und ich sage, die Seite ist zu sehen. Und ich sage dir jetzt, also der Diener weiß, woran es liegt bei Gwen. aber ich krieg die schon motiviert wir machen ja Kochkurs und die soll Bock haben auf Safe Zone das so das eine ist für Angel gut so Vielen Dank. So, jetzt kurz rauchen. 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 Okay. So, jetzt kurz rauchen. Nee, es ist okay. Ready, don't... Ready, don't... Hallo. Hi. Hallo, ist sofort jemand bei Ihnen. Lalalalalala. Das ist ja Ogi. Ich mag die Küche nicht gerade nicht. No. Ach, jetzt. Ich sag ja, den Baufirma muss da ran. Hi. Hi. Hast du drunter gezogen? Ja. Du musst nur Sobertei ausziehen. Okay, ich glaube dir. Soll ich es dir zeigen? Wenn dir nicht peinlich ist? Okay. Dann bitteschön, dein Freibier. Oh, vielen Dank. Ja. Möchtest du sonst noch etwas? Nee, gerade nicht. Ich bin gerade vermissen gekommen. Ja, alles gut. Ja, dann setz dich gerne unten hin. Wir haben tatsächlich vor einer Minute getauscht. Ich bin jetzt oben. Ja, wow. Ja, sei es. Du kannst auch hierbleveln. Aber unten ist Musik und Jetskis. Denn Paradies. Ja, du kannst mit Paradies Jetski fahren. Ah, cool. Aha. Gut, ich kann von Seabreeze aus kostenlos Jetski fahren. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt kostenlos ist oder nicht. Ich kann ja mal, äh, mich ja konzentrieren. Einfach den Paradies. Ja, einfach Paradies anquatschen. Okay. Ich guck mal runter. Natürlich. Bis gleich. Ich guck mal runter. 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 Trinke ich die? Hi. Komm einfach kurz zu dir. Jo, wenn Sie weitersprechen wollen, ich kann auch hier abstellen. Ja, nein, alles gut. Okay. Das wollte ich jetzt nicht im Gespräch stören, ne? Ey, Hunter hat von sich aus gesagt, dass ich Trinkgeld geben soll, ne? Er hat mir nicht gesagt viel. Alles gut. Es gibt auch Menschen, die kein Trinkgeld geben. Das ist okay. Bitte, Sun. 36. Gracias, Jun. Gracias. Ich nehme mich kurz auf den 10. Vielen Dank. Ja, der Paradies, die fahren hier Jetski. Ja, ich habe uns doch gestern erst gesehen. Bestimmt. Sie waren mit am Veranstalter, richtig? Ja, genau, richtig. Ah, sehr gut. Ja, willkommen zurück. Ja, natürlich. Ich bin immer hier, ne? Also nicht immer, aber... Immer, Sie wohnen hier. No, nicht immer, aber immer öfter, ne? Sie kauft nur so auf, wenn das Geschäft öffnet, ne? Ja, richtig. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte was zum Essen und zu trinken. Glaubt ihr auch was zum Mitnehmen? Ne, natürlich können Sie mitnehmen, ne? Ja, also vielleicht Steakplatte ist ein bisschen schwierig einzupacken. Ja, richtig. Tüte Fritten oder so? Ja, natürlich sehr gerne. Wir haben Pommes, ja, Pommes Frites oder Potato Wedges. Okay, dann nehme ich die Wedges. Das hatte ich erst vorgestern. Sagen wir es dazu? Ja, also auch zum Mitnehmen. Ich weiß nicht, ob die Steakplatte, das ist ein bisschen viel. Ja, das ist halt ein riesengroßer Teller. Wir haben ansonsten für die kleineren Sachen die gefühlten Champignons, also sie sind mit Feta gefühlt. Oder gegrillten Aubergine mit Käse überbacken. Ein Sissab Wrap kann ich Ihnen einpacken. Das ist Salat, Tomaten, Parmesano Wrap. Ja, oder der Cheesecake. Ja, okay, dann nehme ich noch so ein Wrap. Ja, ich würde so Champignons. Mit so Wedges. Okay. Ein Wrap, zwei Wedges. Hey, willst du was trinken? Und eine Uberschiene war das? Ne, Champignons. Ach, Champignons, sorry, verwechselt. Ja, Champignons. Noch was trinken? Genau. Cocktail oder mit oder ohne Alkohol? Oder so, ich gebe mir jetzt die Sack oder so. Ein Saft. Wir haben Limonade. Oder Heistee. Ach no, wir haben Säfte. Sorry. Johannisbeere, Kirsche, Blaubeere, Orange, Ananas oder Apfel. Was ist abgepackt in der Presse denn selber? Also der wird in der Küche für uns vorbereitet. Der ist aber, soweit ich weiß, aus Früchtinnen. Ja, das sollten Säfte sein, allgemein. Ja, also jetzt nicht industriell, sondern aus der Saftpresse. So meinte ich das. Ach so, ja, ja. Also es ist jetzt in unserer Situation abgepackt, aber es ist in der Küche frisch gepresst. Ja, das ist meine Frage gewesen. No, no, wir haben eine Presse. Dann würde ich noch so einen Saft nehmen, so einen, I don't know, Orangstürs, irgendwie so einen Apfelsaft. Orange, gerne. Orange. Ja, gerne. Okay. Untereinander und Senior, wollten Sie noch was trinken? Ja, ich nehme zwei Dosen Kohle. Habt ihr Dosen oder Flaschen? Äh, Dosis. Ja, Dosen sind gut. Ja, zwei Dosen. Ja, zwei Dosen. Ja, okay. Wenn Sie wollen, können Sie sich kurz setzen. Ich muss die Wedges nochmal machen. Ja. Okay. Okay, ja. Ola. Bist du in die Toilette gefallen? Geht's dir gut? Steckst du uns in die Toilette? No, wir haben... No, 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 no. Ich wollte gerade wieder runter und dann sagt der Hunter, wir haben getauscht. Ich bin jetzt oben. Wenn du wieder hochkommen möchtest, sag nur Bescheid. Ich muss nur gerade eine Bestellung machen, dann können wir gerne wieder zurücktauschen. Also ist mir egal, was du am liebsten möchtest. Ja. Ist mir egal, ob ich oben stehe oder unten stehe. Also ich weiß auch nicht. Ja, alles gut. Ja, sag einfach, wenn du tauschen möchtest. Ja. Wie du möchtest, wie gesagt. Ja, okay. Und besser gesagt, wenn du oben bleiben möchtest. Ja, ich wollte gerade sagen, entweder komme ich zu dir oder du kommst zu mir. Ja. Je nachdem, wer als erstes Lust hat zu tauschen. Ja, wenn Miguel oben auftaucht, ja. Wer ist das nochmal? Ach, der. Ja, ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja. Einmal in den Arm von mir zu zicken und dann kannst du sagen, der kann sich nach unten verziehen. Okay. Wir kommen. Okay. Ja. Okay. Alles klar. Aber erst um 22 Uhr Feierabend, das heißt vielleicht 20 nach oder so, wer ist hier. Okay. Aber wie gesagt, ich habe mir Sorgen gemacht. Es ist schon 20 Minuten her, seitdem du auf der Toilette warst. Ach, dann hast du mich nicht gesehen. No. Nee, ich dachte schon, ich muss Taucher zu ganz gut beziehen. Ich bin kurz die Treppe, ich bin ganz kurz die Treppe runtergekommen. Der Handtag kam mir entgegen und hat gesagt, wir tauschen. Ich dachte, du hättest mich gesehen. Nee. Oh je. Ja. Wie gesagt, ich habe mir Sorgen gemacht. Okay. Okay. Na, dann bist du jetzt oben. Okay. Ja, richtig. Gut, dann, äh, wir sehen uns irgendwann mal. Okay. Das Bett ist jetzt 23 Uhr, ey. Ja. Geht's bis 23 Uhr? Weiß ich nicht. 23, 24, keine Ahnung. Okay. Okay. Also dann, gut, tschüss. Ciao, ciao. 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 hi hi ich bin noch anwesend wie lange musst du machen heute hier ich bin mir gerade echt nicht sicher ob elf oder zwölf heute ist normalerweise der laden an sich ist elf aber heute ist ja ein event jetzt ich müsste gucken die waren die ganze zeit am strand am chillen beziehungsweise an der beach bar am strand war jetzt niemand nicht habe ich sie an der beach bei übersehen ja die tragen die tragen keine orange die tragen nur ihren baden sachen was soll ja dann wird es ja schwierig ja normalerweise erkennt man die man ihren orangen klamotten aber ja okay dann stelle ich mich jetzt einfach mal unten an die genau so ganz provokant ja richtig ganz provokant davor stellen und so und mit dem fuß stampfen und sagen da seid ihr endlich ja okay dann probiere ich das mal ich würde mich echt gerne runde fahren ja machen das ja okay sagt ihr dann wie es war und wenn du dann mal zeit hast dann fahren wir mal zusammen ja sehr gerne ich freue mich drauf in sonnenuntergang also ich will nicht mitfahren du musst nicht so schreien entschuldigung sorry ja okay verbrenn dich nicht ja no no ja 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Zahn getrennt. Okay. Das war jetzt nicht. Dann bitte noch einmal für Sie in schwarz, was Sie hatten. Bei Cola, ein Prep und die Wedges. Das sind 10, 28 und einmal Wedge, richtig? 31. Ja, wie viel macht das bei mir? Bei mir ist das auch noch der Rest. Ja, ja, der Rest ist entsprechend 16. Oh, okay. Ja, okay. Dann, äh... Ja, das passt so weit. Das, ja. Lass uns mecken. Ja, danke. Ja, danke. Ja, da muss ich die Tüte noch nehmen, oder? Ich lass mal den Zettel wieder machen. Ich lass mal den Zettel wieder machen. Okay. Ja, okay. Ja, okay. Das ist sonst. auch allen gut danke ja ja was zu essen was zu trinken was suchst du was zu trinken alkohol sex on the beach ja gerne das passt so doppelt okay und es passt zum thema heute wir haben heute beach party ja richtig setzt ihr euch wieder runter wenn du ihn jetzt schon fertig machst wir möchten jetzt direkt mit ja es glaubt deine freunde sind runter gegangen deswegen aber ich mach kurz okay ich mach kurz somit gechillt ja richtig mit einem drink sehr gut machen wir ja 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 Bitteschön. Zählt vor dir. Okay. 15 Dollar. Natürlich. Und dann einen schönen Auftritt machen, bitte. Graças. Ja, sehr schön. Ja, bitte. Peace. Ja, und alles gut. Ja, natürlich. Wird langsam Zeit für Energy Drink, glaube ich. Ja, ich bin mal so frei. Wollt ihr auch noch was? Im Moment nicht. Okay. Ja, ich bin mal so frei. Boah, habe ich es nicht darauf geachtet. Okay, schade. Aber die waren es schon mal hier. Die sind eigentlich ziemlich nett. Ja, ja. Ja, war es auch nett. Ja. Aber alles gut. Ja, no, es ist okay. Ja, genau. Danke. Hallöchen. Hi. Hallo. Okay. Hätte mich bloß interessiert, falls Sie irgendwas anstehen, dass Sie... Ja, no. Also, Senior Hunter hat sich auch ein bisschen Sorgen gemacht, weil als Sie das... Also, dass Sie das erste Mal hier waren, waren die schon ein bisschen, ich sag mal, nicht ganz den besten Kinderstuben gezeigt, als Sie hier angekommen sind. Aber, ähm, also, Sie haben auch nach dem Essen geschrien, aber sie haben auch irgendwie sieben Steakplatten bestellt. Ja, die waren zu fünft und haben irgendwie sieben Steakplatten bestellt. Und dann haben die irgendwie geschrien, dass sie Hunger haben und hatten keine Vorstellung davon, dass so ein Steak nun mal eine Weile auf einem Grill liegen muss, ja. Ja, aber dann haben sie, ähm, haben sie halt auch sofort bezahlt und sie haben ein Trinkgeld gegeben, alles gut. Gut. Und Sie sind also wirklich respektvoll. Ihr Auftritt war so ein bisschen, ähm, der wirkte... Er kam jetzt auch, genau, kam ja jetzt auch nicht anders vor, ne? Ja, ich hab sie halt sehr, sehr respektvoll behandelt, ne? Der Hunter meinte, oh, das war aber wirklich professionell, weil die sind halt nicht koordiniert, die bestellen alle durcheinander, die reden alle durcheinander. Und, äh, ja, aber alles gut. Also, ja, auf Auto achte ich leider nicht. Ja, natürlich. Aber vielleicht kann ich gucken, wenn Sie gehen. Was? Dabei. Rebecca. Nee, Rebecca ist gerade nachgekommen. Ja, aber mit einem von denen, oder nicht? Nee, weiß ich nicht. Also, ich kann darauf achten, wenn Sie gehen, aber ich sage dir, ich kenne mich nicht gut mit den Automarken aus. Nee, aber... Nee, alles gut, das ist nicht so schlimm. Okay. Es muss halt, falls, falls mal irgendwie wirklich ein Überfall passieren sollte und, äh, das sollten die sein, dann müsste man halt in etwa wer, weißt du? Ja, natürlich. Aber alles fein, alles gut. Keinen Stress machen, kein... No, no. Ach. Die sind ja ganz in Ordnung. Ja, natürlich. Also, wie gesagt, im ersten Moment wirken sie etwas, äh, seltsam, aber ich bin denen dann, äh, zuvorkommend entgegengetreten und dann haben die sich auch schnell beruhigt. Genau, das kannst du dir auch ganz gut tun. Mhm. Ja, ich lass mich auch nicht aus der Ruhe bringen, so. Richtig. Der meinte jetzt... Dann bedrohst du sie mit deiner tiefen Stimme und dann haben die Respekt vor dir. Jo, verpiss dich. Jo, motherfucker. Ja, richtig. Ich lieb's. Hola. Guter Party-Trick. Ja, natürlich. Was ist guter Party-Trick? Mein, mein, mein alten Stimme. Ja, wenn sie ja mit... Ich hab ja den, ich hab ja meinen Arabs-Ampel verkleinern lassen, aber er ist halt noch da. Mhm. Und deswegen kann ich Leute abfacken. Das ist nicht schlecht. Richtig. Cool. Ja, richtig. Das ist köstlich. Ja, 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 ja. Das ist super. Mhm. So muss das. Ja. Gut. Dann werd ich mal wieder runtergehen. Okay. Und, ja, ja. Noch ein bisschen was aus Angelus kitzeln. Okay. Okay. Achso, ja, ich drück dir die Daumen. Ach, alles gut. Hi, grüß dich. Hi. Hi. Hallo. 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 Okay. Ähm, du hast doch mal alles im Motorrad gehört, oder? Ein Cocktail? Mhm. Irgendwas Fruchtiges? Mhm. Mit oder ohne? Von Don't Don't Crap. Mit. Äh, Fruchtig mit. Und ich lass mich gern überraschen. Okay. Na gut, dann suche ich dir was Nettes. Ja, klar. So. Magst du Kokosnuss? Nettes. Ähm. Ja, doch. Ja, aber der Ressenz trinke ich. Okay. Bye. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, und passt zu unserer Petition. Swimmingpool. Ja, richtig. Was bekommst du denn für den Serien-Punkt? 15. 15. Warum schleppst du denn das Rezeptbuch mit dir? Ja, ich rufst du mal auf die Schnelle-Punkt, ich rufst du gerade, ob ich die alle kaufe und wenn wir unseren Pool haben, dann schmeiß ich eine runde Swimmingpool. Boah, das ist voll eine geile Idee, warte mal. Ja, auf jeden Fall. Ich ruf Chef. Ja, vielleicht bekommst du die Saftbritze auch irgendwann mal auslaufen, das finde ich super. Kannst du bitte immer sagen, ich hatte gerade eine Idee, kann ich es alle Swimmingpools auskaufen? Ja, also, ja, für mich selber kaufen, weil wir, weil wir machen doch gerade eine Petition an unserem Haus, weil wir machen doch gerade eine Petition an unserem Haus, dass wir einen Pool haben wollen. Und wenn wir das gesafft haben, gebe ich den Nachbarn einen Swimmingpool aus. Ja, mach das, ja klar, mach das. Okay, ähm. Trag einfach deine Bestellung mit ein. Okay, ja gut. Ja. Sehr cool. Perfekt. Cool, cool. Okay. Ciao. Bis gleich. Du? Christina? See? Ich hab meinen Namen gehört. Pass auf, warte. Ich pass auf. Plopp. Hast du ein Flaschen bei? Gibt es ein Sekt? Kennst du das, wenn du einen Finger im Mund machst? Ach so. Wenn du an deiner Wange so plopp machst? Das war das. Ich kann den nicht. Ich glaub, ich kann den gar nicht. No. Ja, das ist nicht sehr vorteilhaft, wenn du in einer Beziehung bist. Bin ich ja nicht. Ah, ich wollte eine Notiz schreiben. Ich hab gerade sämtliche Swimmingpools gekauft. Wenn unser Pool fertig ist, Gigi, gibt's eine Runde Swimmingpool. Ja. Den Idee hatte ich gerade. Sehr gut. Ja, richtig. Deswegen ist es schnell fertig. Aber sag bitte Bescheid, weil ich habe die Möglichkeit, Swimmingpool einzukaufen. Ah, okay. Ja, weil bei Sally ist, ja, nicht mehr so sehr. Ja, ploppen sie. Sön. Kann das auch. Ich kann das nicht. Mach mal. Manchmal klappt es nicht so gut. Sade. Sade, ne? Genügend Hohlraum und so weiter. Ja. 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 Ich bin gerade schon gefahren. Ja, dann ist sie eine richtige Frau. Ich wollte die Jetske fahren und wollte fragen, wie viel das kostet. Eine Stunde, 150 Dollar. Das ist viel. Okay, dann... Wir können uns das noch teilen und dann können wir das Geld noch mal teilen. 77 durch 2. Genau, wusste ich doch. 37 durch 5. Den klingt richtig. 37,5 ist halbiert von 75. Wollt ihr fahren? Ja, ich würde gerne fahren. Ich bin gebüggelt. Ja, ja, kann sie. Der erste Einsatz als Sugarmarine. Also, dann macht jetzt jeder 35. Nee. Was? Alles gut. Du hübsst mir das Geld nachher, oder du hast mir was ausgefasst. Okay, du sagst mir dann einfach nachher nochmal, wie viel. Ja, machen wir. Perfect. Die Jetske sind unten? Ja, genau. Ich komme jetzt sofort mit. Hat einer eine Handy... Also eine Telefonnummer für mich? Ähm. Das ist eine Handy, meine Hand noch. Tschüssi. Ja, hab ich nicht. Du hast mir die noch mitgegeben. Hab ich die noch nicht? Nein. Oh, nein. Oh, wow. Skandal. Ja. Ich hab die... Ich hab Johanna. Siehst du? Oh, siehst du? Ja. Sechs hier. Soll ich dir mal meine Nummer gehen? Dann kannst du mir ja schreiben. 2 9 0 0 3 4. 2 9 0 0 3 4. 2 9 0 3 4. Das ist eine einfache Nummer. Okay, vielleicht sollte man die Nummer auch unter Nummer unten untermachen. Das ist mir schon so oft passiert. Ich würde es jetzt nicht fahren. Darf man betrunken Jets hier fahren? Ich hab nicht getrunken. Nein. Du, das ist keiner betrunken. Hm, hm. Hm. Sie? Hallo? Sie sind hier bei uns? Gigi? Nein, ich bin DJ. Ach so, ja? Ok, bis gleich. Ok. Ich glaube, ich würde mich auf den Weg machen tatsächlich. Ok, gute Nacht. Ja, vielleicht bis morgen zu kochen. Jetzt war ich tatsächlich über zwei Stunden hier. Ok, das ging schnell irgendwie. Es geht schnell in Zeit, wenn du Spaß hast. Ja, ja. Wer die anderen fragen, wo ich bin, ich bin heim. Ok, ja, vielleicht bis morgen zu kochen. Ja, vielleicht bis morgen. Ja, ich schreibe dir dann, wenn ich komme. Ok. Ok. Ja, also ich weiß nicht, wie lange ich schlafe. Manchmal bin ich früher wach, manchmal bin ich bitter wach. Ah ja, ich sehe ja, ob du da bist. Ja, richtig. Ok. Ok. Ciao. Tschüssi. Tschüss, Santa. Tschüss, schönen Abend noch. So, ich habe Zettel dran gemacht. Das sind jetzt meine Swimmingpools. Perfekt. Ja, ich habe noch nicht die Gelegenheit, sie auszuladen. Alles gut. Da darf aber jetzt keiner mehr ran. Ja, ich sage gleich auch noch mal. Nancy Bescheid, Angel weiß jetzt Bescheid. Ok. Ja, die werden im Haus verteilt, wenn wir unseren Swimmingpool kriegen. Ich fand die Idee cool. Ja, das ist eine echt coole Idee. Ja, das ist eine sehr gute 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 Idee. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, das mache ich mir selber noch ein Rap. Ah, ja... Oh my God, no... Oh my God... Oh my God... Oh my God... Hola... Okay... Oh my God... 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 Ja... Ich habe das gar nicht mitbekommen irgendwie... Hm... Ja... Du musst echt mal ein bisschen eine Pause machen, immer nur am Arbeiten... Hm... Hola, Senor... Oh my God... Oh my God... Okay... Das stimmt... Aha... DJ ist unten... Ja, ich hätte aber trotzdem gerne mal drei Energies... Hm... Ja... Gerne... Noch was? Äh... Äh... Nee... Okay... Obwohl doch... Obwohl, ja... Eine Aubergine... Eine Aubergine... Gerne... Hi... Und du sag mal, ist der Papagei nicht? Oder habe ich ihn einfach noch nie gesehen? Welcher Papagei? Ja... Muss ich mir vielleicht abschinken? Ja... Probier... winners... Glacib... Bindbarat... Neues, TALIESIN ... Der Papagei nicht für ein Ihren Zwischen WhatsApp. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ist total entspannt. Sehr gut. Ich habe jetzt übrigens Bikinis geholt für uns. Also für euch, also für uns. Die sind hinten fürs nächste Mal. Okay. Genau. Ja, es hatte irgendwie verpeilt zu Fragen. Ich tendiere immer dazu, den Chef nicht nerven zu wollen. Deswegen habe ich mir den... Immer, immer. Ja. Löcher uns, bitte. Ja, okay. Ja. Ich hatte mir halt privat einen besorgt so. Ja. Mir war nicht klar, dass es dafür auch ein Uniform gibt. Nein, eigentlich auch nicht. Eigentlich war das nicht geplant. Aber es ist halt... Ja, Hallöchen. Hola, Bikinia. Ich bin jetzt gerade mit Bikinia am Standing Party machen. Bist du noch beschäftigt? Müsst du die beiden mit ihm? Ich mache gerade für April. Bikinia hat noch nichts. Okay. Bikinia hat es in Grundsor, warum er ihn angehoben hat. Äh, ich nehme ein Aguaso, gracias. Äh, sieh, ich wollte dich fragen, ob sie dich genug befriedigt, so. Anscheinend wollte Bikinia die Fragen, ob sie mich genug befriedigt. Ja, das hast du Kindergarten gesagt. Also ich bin nicht unzufrieden, also... Ja, weil du den ganzen Tag nur von irgendwelchen komischen Sachen redest, so. Bitteschön. Gracias. Okay. Was kriegst du dafür, Chica? Äh, 3 Dollar. Mal ja. Bann. Bitteschön. Ja. Oh. Dankeschön. Ja, das stimmt. MJ hat mich angerufen. Ja, das stimmt. Ich habe auch Jerome nicht zurückgerufen. Hallo MJ. So. Gib mir mein Energie, bitte sterbe sonst. Oh mein Gott. Okay, dann ganz schnell. Ja. Geht es so. Ihr kriegt auch beide noch ein Freibier. Weil ihr Bikini anhabt. Du bekommst auch ein Freibier, weil du Bikini trinkst. Äh, sie hier, aber ich trinke keinen Alkohol so. Ach, seiße. Ja, ich auch nicht. Okay. Aber ich kann... Ich nehme eins für MJ. MJ könnte es gerne. Okay. Sie, genau. Ich nehme eins auch für MJ so. Aber ich kann mir geben. Okay. Ja. Ich gebe es dir, richtig. Yay. Sie, genau das meine ich so. Dann was sind wir hier nicht. Bitte schön. Danke. Was kriegst du von mir? Alles außer Freibier sind 23. Und Freibier ist frei, wie der Name sagt. Ja, richtig. Gracias. Freibier ist frei. Ja. Deswegen heißt es so. Okay, wollen wir runter? Ja, viel Spaß. Viel Spaß. Apropos. Die von Nancy. Bitte? Ich wollte noch mit Nancy sprechen. Ach so. Ja, ich weiß gar nicht, wo sie jetzt hin ist. Zum Telefonieren hier vorne. Ja. Da durchsitze. Ah, richtig. Ja. Das weiße etwas auf dem strahlenden Hintergrund. Ja, richtig. April. Ja? Es hat meine Vorwünscheit bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Denn Gigi hat mich jetzt adoptiert. フ pursue. Bis precisa score. Danke. Schufe. Danke. Danke. Schön. Danke. Danke. Vielen Dank. 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 Hola. Hola. Für die... Ja. Okay, was möchtest du? Okay. ... Okay. Okay. Alles klar. ... 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